ich weiß sowieso dass jemand von ihm gerade eine straße bekommen hat deswegen werde ich dachte wir mut doch jemand verdienen straight oder okay eine runde noch eine runde das haben sie die letzten zwei drei runden auch schon gesagt eine runde doch verdammte scheiße die letzte hat opa schon wieder alles verloren um box hinsetzen dass sie ein bisschen mucke haben scheppert hast du schon wieder alles verloren gut auf geht's ja los ich habe nicht lange zeit ich muss gleich runter an den anderen tisch gibt mir eure kohle hier macht schnell ich brauche eure kohle jawohl verdammt auf wiedersehen hat er mitgenommen der schuldet mir seit drei vier tagen 200 ich krieg sie nie wieder ich hab den 200 gab wir brauchen gegeben 1400 gewonnen und ich warte immer noch auf mein scrab er hat gerade wieder 1000 plus gemacht wer wer kommt denn jetzt dazu ich weiß noch nicht wie ich bin möchte sieht mir alle ziemlich pleite aus ernsthaft ja du bist amido was jetzt hier los dann verziehe ich mich aber auch gleich extra den mr m gesagt er soll hier eine boomboxen ich glaube mal und noch im tisch und frei ist wer will sich denn hier schon wieder die blinds einfischen und nicht mit mir scheiße ich hab was getroffen blinds? was sind blinds? äh es gibt small blind und big blind es gibt mal einen Grundeinsatz in unserem big blind zahlt immer den 15er Einsatz und small blind immer den 10er alles glaube ich ja edo lass dir das spiel mal erklären vielleicht klappt es dann mal mit dem gewinn und so das ist ne gute idee das ist ne gute idee soll ich sie erklären edo ist voll einfach Brian hast du Kohle? ah Termin Zahnheiz Brian hast du Kohle? ich hab grad 1000 um am highroller tisch mitzuspielen du hast 1000 scrap ja ich kann den 100 da geben wenn du mir 500 gibst dann haben wir jeder 500 dann haben wir unsere chancen verdoppelt denk mal drüber nach ich geb dir 100 und guck mal ob du die verdoppeln kannst das ist schon nett von dir das ist schon nett von dir danke Brian wie viel scrap hast du noch? du hast doch 900 oder ich erschieße dich da steht auch jemand mit ner Waffe das war nur ein Scherz ich will es lassen ich will es lassen das ist mein alter Schiff das ist mein alter Schiff oben ist noch ein Tisch frei ich hatte nichts euiuiui ach komm, setz mich zu euch los Leute das sind nur Leute die alle pleite sind vielleicht kann man ein bisschen was gewinnen Richtig, und dann gehst du an den High-Rollertisch und verlierst wieder alles. Das ist für mich der High-Rollertisch. Das ist doch belegt. Wir sind ja zu Typ, der könnte sich erleichtern von deinem Scrap. Das hier ist entspanntes Spiel. Das ist seitdem ich die erstes gemacht habe. Wir spielen hier entspannt. Du bist hier nicht entspannt, das ist Krieg. Du brauchst Scrap. So, wie viel Scrap habt ihr denn alle? Du bist so ein Lügner. Du bist so ein kleiner Lügner. Weißt du, dass ich... Du bist so ein Lügner. Du bist so ein Lügner. Ich habe gefragt, ob du Geld hast. Ich habe nicht gesagt, dass ich keins habe. Ich werde so dein Auto klauen, wenn ich in eurer Werkstatt beigehe. Ich habe nie gesagt, dass ich kein Scrap habe. Ich habe gefragt, ob du welches hast. Ich werde so ein Auto von euch klauen. Und deswegen sage ich dir, ich klaue so ein Auto von euch. Umstelle es in meine Garage. Du willst, Teddy würde dich umbringen. Das weißt du eigentlich schon, oder? Ja, ist mega geil. Ich klaue trotzdem ein Auto. Teddy würde dich sowas von umbringen. Aber es ist ein Auto... Oh Gott, die will sowas von jemandem umbringen. Brian. Teddy ist tot. Teddy wollte mich heute umbringen, weil ich es überfallen habe. Mein Vater würde dich auch jagen. Ja, ja, deswegen. Die werden dich beide umbringen. Deswegen. Ich will jetzt mich mal dazu einfach. Ich kann zwar nicht spielen, aber ich... Habt ihr keine Kohle dabei? Okay. Brian, wo ist deine Kohle? Ich muss immer... Ich muss immer farm für die anderen. Weil die zu blöd sind. Du bist so ein Idiot. Du sagst die ganze Zeit, dass du von uns farm musst. Das ist so falsch. Du machst das freiwillig. Ich muss ackern für euch. Ich muss farm für euch. Ihr seid eine scheiß Familie. Ihr sagt das bloß so die ganze... Weißt du... Weißt du, Shepard sagt, ich gebe für mich Farben. Er macht das anstatt nein zu sagen. Ja, was soll ich denn sonst machen? Nein. Ich bin langweilig. Nein sagen. Da brauchst du dich nicht beschweren. Entscheidet euch. Ich brauche euer Geld. Wolltest du nicht sagen? Genau. Waren wir so lange. Spielt! Okay, das sieht gut aus. Da werde ich doch mal was betten. Ah, viel zu einfach. Nö. Ja. Jetzt behalten. Weißt du, wo dein Haus steht? Weißt du, wo dein Haus steht? Ich weiß auch, wo dein Haus steht. Ich werde dein Haus so anzünden. Was ist das denn? Dankeschön. Ach, er hat ein Tupair auf der Hand 9 und 6. Yo, Brian, Mann. Hör auf, dein Geld zu verspielen. Du musst mir doch geben. Nee, du kannst mich, weil ich gebe dir gar nichts mehr. Wieso das denn? Ich dachte, wir sind... Ich meine, Quay ist mein Mitarbeiter und du bist sein Sohn. Wir sind irgendwie miteinander versandt. Ich habe keine Ahnung, ob wir noch Freunde sind. Nein. Jetzt holt es ja einfach alle. Was ist los mit euch? Ich dachte, wir wären Freunde, Edo, aber du hast mich verraten. Ich bin böse ja Freunde, dass wir Geld gegeben. Und wenn wir mehr, mehr, noch mehr Geld geben, wären wir noch bessere Freunde. Ich bin einfach. Ja, okay, you're all in. Danke für das Geld. Was macht denn ihr da für Boots, ey? Ich werde Edo, ich werde dich so finden, wirklich. Ich werde so dein Auto mitnehmen. Ich bin doch da, du musst mir nicht suchen. Ich bin doch schon da. Jawohl! Brian, leg mich am Arsch, ey. We come straight. Ich habe... So funktionieren Poker. Ja, das war schon gut. Du hast auf jeden Fall einen Geschlechterrand gehabt. Ich habe eine Straße gehabt. So, ich bin ein guter Kartenspieler. Der will mich raushaben, also spiele ich. Was macht denn sowas? Ich habe keinen Bock mit Edo, sie schwingt mir, macht immer so eine Scheiße. Ich glaube, wenn wir mal die Blinds nur abgasen würden, geht das so. Und ich habe gleich wieder Big Blind. Scheiße, Karten sind doch nicht so gut. Passt auf die Hand, Edo. Junge, 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 Junge. Ja, bei euch. Wir machen das Leben schwer. Achso, wir machen das Leben schwer. Du, Junge, Junge. Wollen wir uns einfach... Wollen wir uns... Also, wir können uns einfach drauf verständigen. Gebt mir einfach alles, was ihr habt. Und danach... War es das. Ja, okay, all in. Ach, so sieht es aus. Das ist so eine Zeitverschwendung hier gerade. Ja, komm, geh all in mit mir. Komm. Oh, du bist so ein Weicher. So eine Zeitverschwendung geht gar nicht mit. Ich mach dich so fertig. Hast du einen Grund, warum du einfach so eine Mülltüte über den ganzen Körper trägst? Ja. Ja, wegen meinem Vater. Guck ihn dir mal an. Ich bin genauso hässlich wie ihr. Ja, true. Stimmt. Danke sehr. Ratskos Customs. Danke. Ist das so schlimm mit dem Geld, dass man die Blinds braucht? Wir sind pleite, man. Der ganze Laden ist pleite. Du bist dauerhaft pleite. Alles voll Idioten, man. Ja, warum muss meine Leute nicht arbeiten? Das ist eine Klasse. Wir haben viele Praktikanten und die klauen immer die ganze Zeit aus der Kasse. Wer mischt eigentlich die Karten? Das ist ja furchtbar, was ich hier kriege. Der Dealer. Ja. Willst du wieder singen, oder was? So ein... Warum hat der einen Tupair? Danke sehr. Ja. Naja, weil er klug ist. Ja, weil er klug ist. Das können wir noch nicht. Wir können noch nicht einfach alle hier durchkommen. Ein bisschen was muss da rein. Ja, okay. Bin ich dabei. Na gut, ausnahmsweise. Na gut, ausnahmsweise. Ja, Aurelien hier. Ich kann nichts machen. Okay, raus. Ich kann nichts machen. Raus, Aurelien hier. Und raus. Oh, es wird gesplittet. Wir haben die gleichen Karten. Es wird gesplittet. Es wird gesplittet. Es wird gesplittet. Es wird gesplittet. Was soll denn das jetzt hier all in? Was? Nee. Kannst du das machen. Kein Problem mit. Ja, dann mache ich das. Wenn du kein Problem mit hast, gehe ich oder? Okay. Jetzt gibt es keine Muck. Ich soll. Schiff, das singt. Ja, toll. Plasch. Hast du eine vom Tisch genommen? Da war in Wirts Haus aus dem Licht noch auf dem Gehsteig schien. Ja, danke fürs Mitspielen. Ja, danke fürs Mitspielen. Da saßt du Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar. Das kann ich langsam wieder zurückverdienen. Na, Brian, bist du jetzt froh, dass du Musik hören kannst? Ja. Weiter so, Shepard. Ja, genau, da ist richtig. Ich häng' so an der Grenze. Hä? Hast du Ass getroffen oder Bube? Ist das nicht eigentlich so, wenn beide das gleiche Pärchen haben, das Higher Card eigentlich gewinnt? Werde ich immer nur ein Fremder sein. Das ist der echte Bezug, Luke, Brian. Und allein. So, jetzt hast du einen, glaube ich, in Morpour. Das hat Higher Card gewinnt. Sieht besser aus als du. Und dann erzählten sie mir von grünen Hügel mehr und wenig. So, ich... Ich hab' nicht. Du bist All-In. Nein, ich bin nicht... Ich bin nicht All-In. Wo bin ich denn All-In? Ich hab' mich auch verdrückt. Und von dem Kind. Weißt du was, ich konnte das jetzt auch mal... In der Hoffnung, dass es funktioniert. Was denn? Was? Die leiten sich immer wieder irgendwann. Und es ging zurück und das geht... Fuck. Geh mit. Was? Wieso kriegst du... Was? Oh mein Gott. Ich hatte... Ich hatte ein 10 und K. Ich hatte ein 2 Per. Chef. Hey, komm her. Ihr kannst Kohle verdienen. Hä? Hier sind die Leute richtig schlecht. Hallo. Hey, du hast mir 300 geben, oder? Das ist ja bis zu 800. Okay. Wenn dich traurig werde... Wie, du hast 800? 800. Das ist Kohle verdienen. Der hatte grad'n Flasch, der Penner. Wenn's dreht. Wenn's dreht. Ich will gar nicht... Ich will gar nicht mehr so großartig spielen. Ich hab' Hunger. Außerdem hab' ich irgendwie Tinnitus. Ey, der Musik ist so gut gerade. Geh' mal raus, lese Runde, du kriegst meine Kohle. Und dann geh' ich ins Bett. Geh' ich ins Bett. Geh' mal raus, lese Runde, du kriegst meine Kohle her, wenn er echt ins Bett ist. Kannst du mir auch Taschengeld geben. Ja, also nicht ins Bett, ne? Aber... Du weißt, wie das ist. Ja, aber dann... Wir, wir, wir... Wir bleiben... Oh, wow. Wir bleiben in Kontakt. Hey, gib mir einen Kuss. Hier und... Hier und... Falls... Falls... Falls sie dich verarschen, nimmst du noch das. Gib mir einen Kuss. Was ist da los? Dieser Mann bekommt von mir das, was du niemals bekommen wirst. Ich hab' die ganze Bude hoch. Ich bekomm' noch deine Liebe. Ich hab' die ganze Bude hoch. Ich hab' die ganze Bude hoch. Ey, ich hab' die ganze Bude hoch. Okay, du kommst gar nichts. Ey, lass' lieber auf. Ja. Schreib' mal sehr, darling. Tschüss. Gute Nacht. Ich werde schlafen. Bis später. Gut, danke für die Chips. Mein Vater liebt mich. Spitter. Nicht. Doch, du liebst mich, Kay. Dankeschön. Da muss man rausgehen. Hab' ich schon mal gesagt, dass ich ein gute Kartenspieler bin? Ich hab' gute Karten. Geht gar nicht so aus, na. hey brian jawohl 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 gewonnen meine Damen und Herren es kommt der nächste Song Wahnsinn Opa was ist mit unserem Song ja was denn ok dann starten wir Brian lass mir zu ja ich hab Geld geworfen ja kannst du vielleicht machen plus zinsen ja dann kriegst du 10% zinsen ja ich geh kaputt du bist wieder bei ihm ich was weiß jetzt ist Schluss geh her schmeiß rüber kämpfen musst wo bist du wo bist du Shepard ich will ein Kind von dir ja Wahnsinn warum schickst du mich in die Hölle 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 Alter ich will gucken meine Seele wir das ist Wahnsinn das ist Wahnsinn das ist Wahnsinn where is the way is the way is the way is the way Was ist das? Fühle, 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 fühle! Wenn ich nicht weiß, was ich will! Ich will dich! Von vorne, von hinten. Ich kann mir noch nicht informieren. Ich glaube, ich weiß, von früh bis spät. Denn ich weiß, dass du dir nichts magst. Mein Geld. Ich brauche Luft, bevor mein Herz erstickt. Ich wie ein Gold, ich drück die Stadt. Dankeschön. So kundig und brüll schneipeln ab, wo bist du? Depp, wo bist du? Jetzt ist jetzt. So ein Wahnsinn, Wahnsinn! So, what, don't we? Oh no. Und noch Todos. I provides another food! ich will dich ich will dich ich will dich Ach je scheisse Schallo Kart Schallo Kart Ich wünsche euch viel Spaß beim Poker Wir waren ja heute gemeinsam wieder ins November am Kapp Er smaller mit 50 was ich knack Er ist ordentlich kracht nie auf Erbauken Ich mach mal Platz hier für den Highroller Er ist 15 Jahre Runde in Poker Herr Farbre, hülle Krass, da sind die Wimschiksel, mir geht. Hölle Hölle, das ist ein Time ironisch. Herr Farbre ja hier. Das ist deinem Mann, das ist mein Mann. Fühle, fühle! Fühle, fühle, fühle! Ich bin nicht leid. Ich bin nicht leid. Untertitel an. Noch eins. Noch eins. Noch eins. Entschuldigung. Entschuldigung. Claim! Ja, true. Noch eins. Opa, was ist mit unserem Song? Es brennt. Mach mal unserem Song an. Kannst du das? Okay. Töte das Feuer! Was bist du? Das ist doch wirklich eine direkte Reaktion. Hast du auch was von der Michelle? Von Michelle? Oh Gott! Welches denn? Keine Ahnung, da gibt es doch so viele. Okay, ich weiß mal einen anderen Karaoke-Song. Ich weiß nicht, ob der gut ist. Schepard, du bist noch auf 100. Schepard, du bist noch auf 100. Okay, ich denke, wir nehmen einfach mal den hier. Nee, warte, Schepard, ich habe einen Wunsch. Schepard! 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 Im Wagen vor mir hätte ich gerne. Okay, ich will gleich im Wagen vor mir will ich mit Opa zusammen singen. Sehr gut, sehr gut. Wer von euch ist aber die junge Frau? Ihr seid ja beides die alte Herren. Im Wagen vor mir. Kannst du mal von mir runtergehen bitte? Das Jucht im Nacken. Ey, Ufi, kennst du diesen Song mit dem Lasson, dem Cowboy? Das wäre auch mal schön. Hast du die Ufi gesagt? Nee, dann stehe ich auf und geh! Das höre ich mir nicht auf! Schepard! 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 Ich brauche Cola für meine Stimme, aber ich habe keine da. Ich brauche Cola für deine Stimme. Kannst du bitte statt im Wagen vor mir im Leichenwagen vor mir singen? Ja, okay. Das Schokokola. Okay, nächster Song. Das ist mein Song! Mein Wunsch! Das ist unser Song, Opa. Sind wir alle mit wieder? Für die one you love, hold me in your arms tonight, I can be a hero baby, I can kiss away the pain, I will stand by you forever. You can take my breath away. Plagg man! Erf für die Kohl! Was ist das denn angezeigt? Was ist das denn in der Kohl? Oh, would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? Das kann nicht wahr sein. I don't care you're here tonight. Tonight. I can be a hero baby. Oh baby. I can kiss away the pain. The pain, the pain. I will stand by you forever. 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 You can take my breath away. My breath away. You can be a hero baby. You can be a hero baby. You can be a hero baby. Was geht denn da ab die ganze Zeit? Äh, bitte keines Warte mal kurz. Ein Bullshutty ist lustig, ein Bullshutty ist schön. Ich musste kurz Bescheid geben, dass sie aufhören sollen. Weißt du, Lachsman, du siehst das nicht, aber es ist einfach so stumpf. Oh, I just wanna hold you. Oh yeah, and you're in too deep. Have lost my mind. But I don't care. You're here tonight. I want you to smiley. I can be a baby baby. I can kiss away the pain. Oh yeah. I will stand by you forever. You can take my breath away. I can be your hero. I can kiss away the pain. Was war das? Er ist tot. 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 Oh mein Gott, wir haben doch einen Schuss draußen gehört und wir hatten alle so und hat es nicht gemacht. Das war nicht genau gesonnen. Wenn ich es richtig gesehen habe, hat Chana da gerade... Shepard könnte sehen, wer das war. Oh Gott. Oh Gott. Shepard. Sehr gut. Sehr gut. Warum denn der arme Shepard? Was hat er getan? Die Zeit liegt ja am Tisch. Man sieht nur, wie er gestorben ist. Er liegt tot im Stuhl. Ohne Ihnen zu nah drehen zu wollen, Herr Sherlockat, aber ich glaube, Sie müssen jetzt aufstehen und ermitteln. Ich weiß, was war. Ich habe den Fall schon erledigt. Der Fall ist gelöst. Der Fall wurde schon erarbeitet. Wer hat Ihnen jetzt das Kostüm geklaut? Bitte das Kostüm zurückgeben. Das Kostüm bewegt nicht gut, wenn es zurückgeht. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass er in der Welt tut. Wo habt ihr das eigentlich her, Brian? Das habt ihr nicht aus dem Moment geklaut? Das ist aus dem Event. Ich habe ihn nur kurz umgezogen. So sieht er noch besser aus. Jetzt fliegen hier, jetzt sind hier die ganzen Fliegen, da hängt der Bauch ab. Ja, man, räum doch, räum doch einer mal den Müll weg, bau denen doch mal einer ab. Kann einer mal den Stuhl da wegschieben, vielleicht? Nein, kann man nicht wegschieben. Der hat sich einfach ins Grab gesungen, der Shepard. Der schläft nur, der ist müde. Der ist müde. Shepard, müde, Shepard, schlafen. Hat der hier kein Bett gestellt? Ja, der ist halt Bett und sowas. Ich sehe den gerade, der läuft gerade wieder her. Was ist eigentlich für die Arme gewesen? Was hören wir da? Shepard, wie bist du gestorben? Ja, Shepard, erzähl uns doch noch. Erzähl mal, Shepard. Erzähl mal. Das interessiert uns alle, brennend. Du hast ein schönes Kostüm da an. Bitte? Ich habe gerade immer noch den Headshot im Gesicht bei mir. Schau bei mir auf. Geh dich mal bitte. Bei mir ist ein Headshot. Schönes Loch in der Stirn. Ich sehe es auch. Shepard, bist jetzt leiser? Du, Shepard, räum mal den Müll weg jetzt hier vom Stuhl. Genau, Shepard, stell mal auf 10 Meter, bitte. Ach du, meine Güte. Ich habe probiert, dich anzurufen, weil du bist hier ans Telefon gegangen. Was hast du da hinten? Patsi, kannst du die Leiche da wegräumen? Hier fliehen wir wirklich tausend fliegen. Was hast du da hinten? Du Mann! Was? Was? Das könnte aber auch der Shepard? Wer hat denn hier gemischt? Shepard hat hier mal deine Reste da auf, kannst du dich wieder hinsetzen. Guck mal hier. Schieb dir eigentlich nur die Chips hin und her oder fliegt doch mal jemand raus. Also, so, Herr Shep, ich will ja nicht über die Runden gestern lästern, ja? Okay. Gestern ist ja jemand mal aufgestanden zwischendurch hier. Also, bei mir läuft's gut. Wer hat denn von euch Schemann geschwissen? Ich sitze und die ganze Zeit im Fisch rufstum. Piano musst du fragen. Wer hat denn Shepard erschossen von euch? Ja, alle. Wieso? Nur zum Fragen. Wir alle. Alle Worms. Wenn du sagst jetzt, wenn du dir das war so aufstehen, stehen wir alle auf. Einer von draußen hat ihn erschossen. Was ist das denn für Lappen? Hat ein Gerät. Oh mein Gott. Da kann man ruhig mal applaudieren. So lange es war ein Spiel, komm. Was ist das denn für Lappen? Shepard, bring mal was für uns. Das ist schon ein kracht Ding. Können wir draußen irgendwie die Türen schließen und es kommt noch ein Headshot? Was ist denn? Lass da mit keinen Türen auf dem Tisch, ey. Eikling. Du hast einen Scheißdreck, hast du. Ich will den Ball, aber ich will den Arm. Aber dreh mal um. Piano. Hier ist ein Platz frei. Hurra. Das ist wo der Jakob, ne? Geh erst mal kurz klein rein, um zu gucken, mit was hier für Einsitzungen gespielt werden. Das ist der Hi-Hi-Rollertisch. Hi-Hi-Rollertisch. Beträg rechnen. Ah, das kriege ich hin. Oh Gott, das Restaurant, das Lokal brennt. Ne, das sind nur Spezial-Effekts. Ah ja, okay, das sieht überhaupt nicht gefährlich aus. Hat niemand Wasser? Er schickt ja die hinter dir. Panschi, seit wann hast du Geld? Du verdienst noch nichts mit Taxi. Hey, Lina, Liebling. Ja? Ja, das kommt jetzt weiß. Ich bin super, dass sie mich kurz fangen. Ja, ich mach dich gerade stolz. Ich hoffe, ich krieg nachher eine Belohnung. Das ist für Patty. Lina hat ihren Einsatz schon verdreifacht. Der Song ist schon fast. Der Song ist schon fast. Ich kann die nachher für den Sex. Sex-Bomb für Patty. Sex-Bomb für Patty. Ja, listen to this. My on me, baby. Oh, Sex-Bomb. Sex-Bomb für Patty, wirklich? Wer verwirrt? Hören Sie mal auf damit. Ich glaub, ich kann nix und gar nicht. Tut mir leid, ich wollte keine bösen Werte sagen. Ich weiß gar nicht, wie der geht. Ja. Geht der so? Spy on me, baby. Jesus, hey, du leid. Ist der los? Ja, ich kenn auch nur den Refrain. Ja, da bin ich raus. Oh, shit. Oh, shit. Wir wünschen als nächstes Sex-Bomb kann ich nicht. Wie wär's mit Rap-Gord? Ah, hier. Der Loser. Okay, geht los. Retter, 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 retter. Shepard, geht das leiser. Retter, 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 retter. Hat jemand ne Waffe? Retter, 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 retter. Hottet mal auf, pio, oder irgendwie? Hat den gerade schon bald drauf. Sie fährt allein und sie scheint hübsch zu sein. Ich weiß nicht ihren Namen und ich kenne nicht ihr Ziel. Ich merke nur, sie fährt mir viel zu sein. Kannst du Piano-Dragon sagen, die kann nochmal auf Shepard schießen? Ist zu laut. Wo ist die denn? Draußen am Tisch. Ganz draußen. Okay, ich fazit mal. Ja, bitte. Shepard, deine Voice. Oh, jetzt schon Full House. Okay, ich muss mich kurz fangen. Es sind alle beteiligt damit einverstanden, wenn wir jetzt zwei Karaoke machen. Nein, alles wunderbar. Nein, alles wunderbar. Ich habe ihn. Ich bin gleich wieder abgeschossen. EO-Dragon von mir fährt ein junges Mädchen. Sie fährt allein und sie scheint hübsch zu sein. Call ich die ganze Zeit? Warum erhöht ihr die ganze Zeit? Müssen Sie Herrn Ranjit fragen? Du erhöhst die ganze Zeit. Ranjit, hast du wirklich schon Herrn König Huber auf der Pfote? Das ist doch ein Blöff, Mann. Der Blöff los. Wenn er blöfft den hier, Alter. Der Ranjit Mann oder Memel? Was? Was? Ah, ich gehe jetzt. Wenn ich draußen bin, dann... Geht ihr euch auf? Was soll denn das hier? Ritter, Ritter, Ritter. Ritter, 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 Ritter. Was? Ich war auf der Hände? Oha, gewonnen! Full House! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wie hast du das gemacht? Oh mein Gott, wie hast du das gemacht? Ich hab König schon viel... Wie hast du das gemacht? Ich hatte König, ich hatte Dame gewogen. Ich habe auch König. Ich hatte sogar ein Drilling. Was? Will House? Ritter, 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 Ritter. Das ist der blöde Kerl da in Kamil, nur. Ist sie nicht süß? Ich frag nicht mehr, wo viel war und der nicht. So weiches Haar. Ich flut schon ne halbe Stunde. Ständig hinter mir. Und er macht schon und er fährt ohne nichts. So schön mit 90. In 100 Kilometer. Das ist wirklich groß. Hast du ein bisschen riskiert für mich? Guten Tag. Geweck du Bettler. Ja, hallo. Danke. Guck mal Edo, was ich hier habe. Schwierer. Ja... Ja So habe ich Rat gewonnen. Ratter, Ratter. Das ging ganz kurz wieder Ratter, Ratter, Rattatalatalatal. Ja, hoh-hoh. Es gibt nicht kleine lira, und es im großen Karnechen ist, in der jede Serie sind mortgage richtig wichtig. Oh, jetzt ist ein schöner Tag! Guck mal, was ich gefunden habe. Danke! Ich schwitze zwei Stunden, noch die Fasen zu gehen. Doch nicht, mein Mädchen werde ich nicht mehr sehen. Ratta, Ratta, Ratta-Ada, 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 Ratta, Ratta-Ada, Ratta, Ratta-Ada, Ratta-Ada, Ratta, Ratta-Ada, Ratta-Ada, Ratta-Ada. Hey du PS, siehst du schon wieder? Der Prime ist auch da, wunderbar. Dann wollen wir mal. Oh, hallo Herr Bogenschütze. Danke schön. Schönen guten Tag. Schnauze. Danke schön. Ja, ich habe mich gerade gewonnen. Na hier. Na am Tisch, ich habe Ranchen abgezogen. Das ist aber frech. Oh, jetzt fliegt da was Leckeres auf dem Tisch und ich komme nicht dran. Mies. Schau dich zu verwirren. Es sieht so lecker aus, ich kann mich nicht konzentrieren. Ah, ich muss all in gehen. Gleich das Crab auf den Tisch geschmissen. Wie viel ist das? Seht ihr das? Ah, es rutscht zu mir. Mal sehen, wie lange das noch da bleibt. Oh, Moment. Yo, Shepard, mach mal Mucke. It's raining Scraps. Halleluja. Ach, Mensch. Eh, du. Wir haben doch auch noch was offen, oder? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich kriegst du ein bisschen Kohle vor mir, ich weiß. Ungefähr 800 Scrap. Shepard schuld uns auf. Wir haben bei uns im Briefkasten 10 Briefe gegeben. Was hast du gesagt? Also, es war ein Invest. Du hast mir 200 Scrap gegeben und in mich investiert. Es war eine S-Melle. Da brauchen wir nicht drüber reden. Nein, nein, nein. Du brauchst schon drüber reden. Wie ist es denn gelaufen? Du hast 200 in mich investiert und du kriegst 6 Scrap zurück. Danke für dein Invest. Ach, doch. So gut gelaufen. So gut gelaufen, ja? So gut gelaufen, ja? Herr Bier, bei uns im Briefkasten sind 10 Briefe, wo drin steht, dass Shepard sofort zahlen soll. Okay. Okay, erinnere mich mal, dass ich nie wieder sich investiert habe. Sehr gut. Sehr gut. Das war ein gutes Geschäft. Die Chance ist dann gut. Ja. Da bin ich raus. Wer hat denn die Karten gemischt, Mensch? Der Dealer ist aktuelles Bier. Wer verteilt die? Du bist mit Bier? Du bist aktuell der Dealer. Was? Was? Ich bin Dealer. Na, es gibt einen Big Blind, das ist Curry, ich bin Small Blind und der ist Dealer. So. Was dirst du denn so? Also ich baue Gras an und du? Wer? Ich trinke Bier. Du kannst Bobatz kaufen in der Stadt. Gibt es jemanden, der verkauft Bobatz? 0 6 9er ist die Hood. Ah, okay. Gut zu wissen. 0 6 0 6 9. So, ich habe ihr erzählt, ich bin ein guter Kartenspieler und ich habe gute Karten. Okay. Hast du schon mal erzählt? Du hast gute Karten. Drei Karten in der Hand da drüben. Was? Äh, Moment. Äh, zwei. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es immer raus. Komm, zeig dir was du hast. Ich dachte, der Typ wäre gut, aber ich nie. All in. Was? Zeigst du dann, was du hattest? Wenn du lieb bist. Wenn du lieb fragst. Wenn du lieb fragst. Fack. Wenn der einen Drilling hat, komme ich. Ich habe einen 2 pair. Ich habe den Buben und ich habe die 6. Aber wenn er, wenn er einen König hat, hat er einen Drilling. 2 pair ist niedriger als ein Drilling. Gehe ich nicht ein. Zeig mir, was hast du? Ah, ich hatte den König getroffen. Ah, sieh sie. Ja, gut. Dazu bin ich nicht mitgegangen. Er hatte bloß 2 pair. Ich hätte eigentlich gehofft, dass 2 pair nicht größer ist als Drilling. Das ist so ein Scheißer. Hey Jungs und Mädels. Klappst du mit Jungs? Ja. Ich kenne einen guten Witz. Den habe ich von meinem Opa. Meide, Meide, we are thinking, we are thinking. Hello, here is the German Coast Guard. What are you thinking about? Ha! Ja. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Okay. Also ich musste schmunzeln. Herr Rick Lavia, der große Investor. Du bist dran. Erzähl mal einen Witz. Ich und Witze? Nee. Ja. Ja. Ich... Ja. Mein Moment. Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Ich bin kein Witze-Erzähler. Was machst du denn hier schon wieder am Tisch? Ja. Ich bin schon wieder Geld im Wobel. Ey. Da gehe ich mit. Natürlich hätte ich Geld geliehen. Und glaubst du, wo ich die Kunde hab? Mit... Hey. Du hast echtes Problem. Ja, du bist mein Problem, Alter. Ich versuch mich kurz zu... Längst mich ab hier. Blöder Penner. Ich bin geblieben. Bist du. Ja. Ich bin glück. Äh. Was liegt auf dem Meeresgrund und zittert? Ich bin glück. Weiß es jemand? Warte mal. Wie spiel ich den gerade? Warum... Warum haben wir... Hä? Was ist hier los? Blö... Jemand hat den König gehittet, vielleicht. Würde ich nicht mitgehen. Ja, ich hab den König gehittet. Was hast du denn Edofe? Zeig mal. Kann man zeigen? Ja, mit R. Ja, ich darf nicht. Ja, mit R. Er hat den König echt gehittet. Ja, mit R. Zeig mal, König. Ja. Wollt ihr sehen? Ihr blöden Penner? Ihr Ungläubigen? Glaubt ihr jetzt? Ihr müsst glauben. Man bleibt frei. Wir glauben nicht an dich. Wird einmal oder wird er frech? Ja. Wie süchtig. Nennst du ihr blöden Penner, Mann? Ja. Nur weil wir paar Mal unter der Stundbrücke geschlafen haben, ey. Ich hab schon wieder den König gehittet. Das ist mein Abend. Das ist nicht dein Abend. Nachher wirst du wieder alles verzogen. So ein Laberkopf. Ich hab hundertprozentig den König gehittet. Ich hab vier Könige auf der Hand. Ich bin wieder dabei. Und morgen werde ich heiraten. Oh, mein Beileid. Herzlich willkommen und mein Beileid, ja. Ja. Siehst du, Edo P? Die Leute heiraten und ich will immer noch niemand heiraten. Wurde sogar vom Altar stehen gelassen. Guck mal, Karis, ich glaub ja wieder, dass ich hier einen König gehittet habe. Das ist ja... Junge, 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 Junge. Du bist ja auch ein Laberkopf. Das ist ja hundertprozentig ein König gehittet. Ich hab mal vorhin, jemand hat die Sechskette, dann ist dein Dings weg. Was heißt denn auf der Hand? Ich hab keine Lust, was mitzuspielen. So ein Laberkopf. Oh, ich hab gute Karten. Ich bin ja ein Gute-Kartenspieler. Nicht Edo P. Wie heißt du noch mal Gute-Karten-Spieler? Ah ja, ich lese gerade. Wen heiraten Sie jetzt, Lina? Warum macht ihr sowas? Ja, morgen. Ja. Ja, wen? Sie heiraten morgen? Der ist Fisch. Wen denn sonst? Mein Freund. Ah. Was? Dieser komische Flachsmann oder was? Ja. Ja, genau. Der Fickforsch oder was? Oh, Gott. Nicht der Fickforsch. Ich wünsche ihr alles Gute. Der Fickfisch. Oh, der bezahlt nicht. Ich hab mal schon zurückgezahlt. Ich bin jetzt frei. Ja, und haben Sie sich schon ein schönes Kleid rausgesucht für morgen? Nee, noch nicht. Wollen Sie mir helfen, eins auszusuchen? Sonst würde ich nackt gehen, aber ich weiß nicht, ob das so gut ankommt. Ja, Kleider aussuchen, das ist meine Spezialität. Kann ich machen. Danke. Ohne euch alle wäre das nicht möglich gewesen. Danke für euch sehr dafür. Ohne Blei frei wäre das nicht möglich gewesen. Vielleicht auch das, meinetwegen. Vielleicht auch das, meinetwegen. Vielleicht auch das, meinetwegen. Aber Sie wissen schon, was in der letzten Hochzeit passiert ist, oder? E2P wurde stehen gelassen. Ich bleib doch hier. Ich wurde stehen gelassen, die Kirche wurde hochgejagt, das lief alles einfach komplett. Ein echten Toupere, der Penner. Perfekte Hochzeit, oder? Vor 20 gewonnen. Ja, perfekte Hochzeit, würde ich sagen. Es tut mir echt leid. Warum wurden Sie denn stehen gelassen? Weil er eigentlich nicht geheiratet werden sollte, sondern jemand anders. Ich wurde verarscht, Eisgehalt, wurde hintergangen und verarscht. Ich wurde so verarscht, ich fand das so lustig. Ich hätte das sehen müssen, wie cool das aussieht. Ach, leck mich, Mann. Ich wurde richtig verarscht. Ich werde immer... Ich werde der Poké-Spiele verarscht im echten Leben hier, ey. Weißt du, ich dachte... Du wurde eine Ehe versprochen. Ey. Ich habe dich geliebt, du wolltest ja nicht. Ey. Ryan, ich habe immer noch Ansprüche. Ey. Ich... Nur weil ich nicht duschen gehe, das ist jetzt... Geht doch nur... Ich bin niedrig, das wissen wir. Ryan, ich liebe dich trotzdem auch eine andere Art und Weise. Das weißt du doch, oder? Wir lieben uns Trollsdieb. Das ist mein neuer Papi. Das ist mein neuer Papi. Der Kay ist dein Papi, wenn ich... Warte mal. Nein, 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 nein. Ich bin noch nicht bereit für Kinder. Der Kay wollte mich nicht. Erst hat er mich akzeptiert und dann auf einmal wollte er mich doch nicht. Er hat mich nur akzeptiert, um vor seinen Freunden anzugeben. Hä? Das ist aber gemein, oder? Ja, da kamen seine Freunde und sagten ganz stolz, das ist mein Sohn. Und jetzt auf einmal nicht mehr. Ich habe keine Freunde mehr da, weil er keine mehr hat. Das ist ganz schön ruhig heute. Warum... Also gestern war ein schöner Gesang. Kann ich mal von euch singen? Ähm, hinten beim Highbrothertisch ist auch ein schöner Gesang. Aber der kommt nicht bis zu uns. Ja, da ist so ein bisschen Dämpfung dazwischen. Oh, damit könnte ich spielen. Echt, glauben Sie? Ach, guck mal, wer da ist. Die Nivian. Ja, hallo. Habt ihr Scrap für mich? Nein, geh weg, du Schnurrer. Ähm, nein. Soll sofort raus hier, was soll denn das denn? Du bist schon wieder am Zocken. Wollt mal eine andere Runde probieren. Ihr seid so gut, meins. Gute Nacht. Nur ein Spiel. Alle zusammen. Händen sind Leute, die gut sind. Immer ohne dich. Reppen. Reppen. Aber ich... Grund ist weg. Aber ich weiß nicht mehr, ob das hier mein Pferd ist oder ob das irgendwie... Irgendwie... Ja, ist okay. Viel Spaß noch. Scheiße, Frau Bienen-Eistack. Ähm. Was? Wo kam das denn her? Das Filet-Stick da. Das bringt mir Unglück. Das muss jemand essen. Mag ich das jemand essen? Bitte ess das weg. Dankeschön. Danke. Jetzt kann ich auch wieder spielen. Ja, ein Fisch aus dem Tisch. Ey. Nein. Nein. Oh, sag doch was. Ich... Sorry. Nächste Runde vielleicht. Ich wünschte, wir hätten Musik aus dem Radio. Ist das nicht mehr da? Ist das nicht draußen? Oh. Oh. Ha. Wow. Wow. Hä? Da liegt auf einer Straight auf dem Tisch. Ich wusste ja echt nicht, dass ein Farbenflush größer ist als eine Zahlenflush. Gibt es hier keine Livemusik mehr für alle? Ist das jetzt eine Privatveranstaltung oder was? Nein. Entschuldigung, ich muss kurz laut werden. Nein. Entschuldigung, ich muss kurz laut werden. Entschuldigung, ich muss kurz laut werden. Ich glaube, wir kriegen keine Livemusik mehr. Wir werden das schon schaukeln. Ich werde den grünen Mann hier noch abziehen. Okay. Okay. Drückt die dann. Fuck, ich kann wieder rausgehen. Da gehe ich raus. Ich freu' dir. Jetzt haben wir zwei Filetsteaks auf dem Tisch. Was soll das? Hat da jemand ein Flasch? Aber Minus und Minus gibt doch Plus, also. Wenn jetzt noch jemand, die die Dame hat und die Zehen ein Flasch. Was hast du auf der Hand? Ja. Ich hab mal Glück gehabt. Zeig. Zeig mal. Hi. Bitte, bitte, bitte. Er hatte zwei und Bube. Oh, Bube. Hi. Genau. No. Er hatte zwei und Bube. Er hatte zwei und Bube. Aber was? Oh, Fah. Mann ey. Immer dieses Scheiß Ding. Das war immer die Zeit Depois. Ich habe immer das vor Ort. mit. Warum? Let's go. All in. Sehr gut. All in. Was ist denn mit dir? Der hat nix. Da gehe ich auch mit. Ist ein Split-Pod unter allen drei. Jeder hat ein Straight. Okay. Wow. Langweilig. Egal, gut gespielt. Das war echt gut gespielt. Jeder hat so. Warum hat jeder auf einmal eine Dame gehabt? Das wäre echt nicht tot. Nur wie bei dir sieht langsam knapp aus. Ausfulden muss ich. Nichts gehittet. Na, wer geht mit? Wer ist so mutig? Natürlich. Natürlich. Okay. Er hat echt einen Pär gehabt, einen König. Wow. Tut mir leid. Ich glaube, das reicht für mich. Viel Spaß euch. Wiedersehen. Oh, schade. Bis dann. Viel Spaß noch. Wir sehen uns. Ciao. Aber ich bin zum Glück immer noch nicht an meinem Limit. Ich bin richtig happy mit meinem Blatt, muss ich schon sagen. Ja, meins könnte besser sein. Boah, das war so toll. Wirklich. Ich geh jetzt raus, damit ihr auch eine Chance habt zu gewinnen. Was klopft ihr alle so viel? Das ist keine Tür hier. Ich will klopfen. Du laberkopf. Du hast doch nichts. Mal gucken. Ihr Mann oder Memme. Ja, hey. Ah, das ist nicht raus. Ich geh das Weichei raus. Ich gönne dir das mal. Viel Spaß damit. Für den Portabend. Wir sehen uns. Wohl. Hier. Wie läuft es hier? Ganz gut Alle sind sehr konzentriert Ja Einer von ihnen hat kein Geld mehr und hat einen Schicken auf den Tisch geworfen Ne, das ist Essen Das sind die Snakes Das liegt schon ziemlich länger da Der Sherlock hat wohl verloren Deswegen ist er jetzt hier Sie haben glaube ich verloren, Herr Sherlock Ich habe massiv gewonnen, Brian Ich habe 6000 in der Tasche Ach nein Aber nicht vom Fisch Der Fisch wollte mit mir transferieren und hat aber dann alles verloren Nein Ach verdammt, die Hochzeitsreise geht wohl doch nur in Aldi Okay, da hat wohl jemand geschummelt, würde ich sagen Immer, immer Anders kann ich mir das gar nicht erklären Komm mal raus Die Karten können nochmal besser sein Hm, du bist keiner mitgegangen, oder? Also so schlechter als meine Karten würden sie nicht sein Doch Nein Doch Was hast du? Nichts Okay, ich zeig dir jetzt, was ich hatte Ich hatte eine 2 und eine 3 Und jetzt zeig mir, dass deine Karten schlechter sind Schlechter Okay, ich glaub dir Da Ja, klar, ich bin nicht so viel Schleier im Gesicht Das ist eine Burka Das ist ja sehr markant Ja, wenn man mein Gesicht sehen kann, wäre es cool Und weiß, wer auch Entschuldigung, ist hier noch ein Platz frei? Du kannst dich ruhig hinsetzen Ja, sicher Ich hab sieben gehabt Ich hab sieben gehabt Ich brauch Geldpumpen Hast du Geld, oder was? Das nennt man Geldwäsche Nein, nein, ich brauch kein Geld Ich hab genug Dann geh ich mal raus Nein, nein, ich hab Geld Ich bin schon dran Langs, man braucht mich Ich bin nicht Wir sind alle hier rüber, die verloren haben, oder? Ich wollte jetzt nämlich nicht aus, Langs, waren jetzt schon Kann ihr was gehen? Nein, nein, ich hab noch nicht Dankeschön Hab ich die alle verloren, oder warum seid ihr hier? Ja Ja, ja, ja Wir haben alles verloren Ich hab ihr braucht was Ich wollte ihn auch schon Unser Gehör Der Shepard hat gesungen Ich wollte ihn dir eigentlich bei der nächsten Flugstunde geben, aber ich kann jetzt fliegen Oh, sehr gut So, ich mach den Tisch ein bisschen schöner Ja Wer gewinnt denn hier in der Runde gerade? Wir haben hier noch ein bisschen mehr für die Unabnehmigkeiten Also meistens gewinnt ich, aber jetzt bin ich gerade nicht dabei Aber warum? Ich bin so gelogen Ich zeig dir jetzt die Zeichen, die wir brauchen Aber Herr Quack muss auch bezahlt werden Okay Ja Also soll das heißen? Obel behind? Oh, okay Nein, also was sind das denn die? Ich hab Herz auf der Hand Ja, okay Ah, ja, okay Ich glaub Shepard wurde leer gelootet, der sucht seine 2000 Scrapcrubs Jetzt hat mir leid, ich hab ein bisschen was getrunken Das ist asozial, wenn man jetzt die 3000 Lass mir das mal die Zeichen für heute Aber ich kann mir jetzt den Highroller Tisch leisten, also Da spielt keiner mehr Dann gewinne ich ja easy Das ist hardcore asozial in die ganzen 3000 Scrap wegzunehmen Das stimmt Aber so sind wir halt Trotzdem ist das halt asozial Jo, was denn? Naja, die Gutein für dich, oder? Ja, Mann Da hab ich abkassiert Oh, was hast du davon? Oh Ich muss nach Hause fliehen Äh, womit denn? Äh, also Ich hab immer noch 5000 Scrap, alles gut Und im Safe fliegt auch noch was Und im Safe fliegt auch noch was Ah, ich hab 2k Also, bleibt bei uns Ja, ja Alles gut Wir brauchen uns ein Haus morgen Ja, ja, klar Und bleibt in der Familie Auf jeden Fall Leute, es gibt ein Race Was hat er eigentlich so eine Haustelle? Es gibt ein Race mit Elikoptern Ah, ich checke, ich checke Das muss meine Sorge sein Oh, da bin ich dabei Shepard, hast du jetzt den Scrap? Na gut, ich korte Äh, den Lachsmann haben sie eigentlich so irgendwie Einen Kürbis oder so? Ich hab durch Ja, gleich Warum nennst du mich der Lachsmann? Warum nicht? Sugar Daddy Nenn mich, nenn mich wie du willst Sugar Daddy, wollen sie ausgehalten werden? Ich hab nämlich Cash im Gegensatz zu ihm Shepard, hast du ein Geld wieder? Ich glaub, was? Shepard? Jo Perfekt Na, hat da jemand den Buben getroffen? Oh Drei Oh Oh Wir könnten ein Vierling sein Also ich hab das hier Gut gespielt Der Lachsmann geht da nicht mit, äh, der ist, äh, der ist so feige Na, ich hab genug Geld Also entweder hat er ein Full House oder ein Vierling Das ist das einzige, was man an der Straße gefährlich werden könnte Und das ist halt sehr wahrscheinlich Wo wollen denn... Wo wollen denn... Das Zeug erhöht am Anfang, wirst du den Buben haben Wirst du den Buben haben Zeig mal deine Karten Was ist das denn für ein Geist? Er hatte nichts Nichts Er hatte einfach nichts Nichts Wissen Sie, da drüben ist ein anderes Niveau als hier Was ist denn da für ein Niveau? Muss man jetzt mal gucken mit Anfängern Hier wird einfach nur gewonnen Da, vorholt ich Was macht denn sowas? Ah, da bin ich ja voll mit dabei Herr Lachsmann, ist das der Anzug, den Sie morgen tragen werden? Nee, ein anderer So sehr sexy ist der schon Aber sowas schwarz ist für irgendwelche Gegente, oder? Das ist sehr funky Ja Du wollt ihr noch ein bisschen Karaoke? Los, mach Shepard, komm Karaoke Ich hab noch Bock Ich hab noch... Na los Wenn ihr wollt Was romantisches Diese alle hier schreien Hier Oh... Herr... mehr nicht Oder etwas lustiger Oh, wir haben schon sie Oh, wir spielen Mach weiter Auf geht's Meine Ihr sollt natürlich auch mit Wenn ihr wollt Ja, so lange bin ich nicht mehr hier Waren wir zusammen nach Hause Wir waren wie Brech und Schwefel und lebten in dem Tag zum Teufel mit der Liebe. Die Gefühle haben versagt, dein Herz ist Streit nach Liebe. Ich liebe dich, fühlst du allein. Jetzt heute bin ich stark genug, dir alles zu verzeihen. Bronze, Silber und Gold hab ich nie gewollt, ich will nur eins, nur dich, nur dich allein. Bronze, Silber und Gold hab ich nie gewollt, ich will nur eins, nur dich, nur dich allein. Es ist egal, was auch kommt, es ist egal, wie es weiter geht. Bronze, Silber und Gold hab ich nie gewollt, ich will nur dich. Du bist besser als das Leben Und das kann kein Zufall sein Doch in den letzten Tagen Zieht ein Sturm an uns vorbei Dein Herbst schreit nach Liebe Ich liebe dich viel zu oft alleine Heute bin ich stark genug Dir alles zu verzeihen Franks ist immer und Gott Ich will nur dich Das muss nie sein Das muss nie sein Franks ist immer und Gott Ich will nur dich Es ist egal was auch kommt Es ist egal wie es weiter geht Franks ist immer und Gott Hab ich nie gewollt Ich will nur dich Ich will nur dich Nur dich Nur dich Allein Brauchst du Silber und Gold Hab ich nie gewollt Hab ich nie gewollt Ich will nur eins Nur dich Nur dich Allein Es ist egal was auch kommt Es ist egal was auch kommt Es ist egal wie es weiter geht Wie gewollt Ich will nur euch Ich will nur euch Ich hab gute Karten Ich hab gute Karten Tja das tut mir leid Tja das tut mir leid Wer hat jetzt hier viel verloren Ich hab das gar nicht gesehen Das ist leider kein großer Heli mehr Da nur noch Also ich könnt euch wenn dann zweimal Ich könnt euch zweimal fliegen Wenn ihr wollt Ja ich hab ein Heli Ich hab die Berg 3000 hab ich jetzt Okay Na dann bist du eingeladen Setz dich hin Nee Ich behal' dich Ich behal' dich Das ist meiner Achso das ist einfach Okay alles klar Sorry Okay Mario was machst du da draußen noch Mario Was machst du da draußen noch Leute belästigen Wie lange bist du noch wach Mario Wie lange bist du noch wach Mario Wie lange bist du noch wach Ich werde gleich schlafen gehen Was hast du jetzt gemacht noch Nichts Nee Wie du hast nichts gemacht Wenigstens alles aufgeräumt Herr Mario nochmal Glückwunsch zum Sieg gestern Echt nicht Vielen Dank Hier Dings noch ey Ich bin auf Ich bin auf Also morgen trainiere ich nochmal für Sonntag Das wird teuer Ja aber nicht hier Ich brauch nicht trainieren Ich muss trainieren Nur für den Heli Jo kurze Frage Hier auf dem Tisch Gehört einen von euch noch Der große Heli der draußen steht Also da stehen gerade zwei Gippi müsste einer gehören Alles klar Alles klar Also es gebe ich noch hier Musst du old shit mal fragen Glückwunsch Hätte ich nicht damit gerechnet Hätte ich nicht damit gerechnet Aber okay Eine Karte wird immer schlechter Liebe Munkka Nähte Ja 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 Shepard? 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 Ja, ich wollte noch einen hören. Machen wir gleich noch ein paar Ausflüge. Ich sing die ganze Nacht durch. Ja, auf geht's. Sehr gut. Auf geht's. Ja, auf geht's. Stimme. Ja, Stimme. U-A-U-A U-A-U-A. Gute ist durchgeschickt, steht sie da, und fortんと auf die Stadt. Ganz klar, Experte fängt an sich. Ein paar Daten, die Quark da noch Ein paar Fragen, doch Der Kaufdown läuft Effektivität, bestimmt das Handeln Man verlässt sich blind auf den anderen Jeder weiß genau, was von ihm abhängt Jeder ist im Stress Doch Major Tom, mach deinen Scherz Dann hebt er ab und völlig losgelöst Von der Erde schwebt das Raumschiff Völlig schwerelos Musik Die Erterziehungskraft ist überwunden Alles wird perfekt Schon seit Stunden wissenschaftliche Experimente Doch was nützen die Am Ende denkt Sich Major Tom Im Kontrollsatzraum Da wird man panisch Der Kuss der Kapsel Der stimmt ja gar nicht Hallo Major Tom Können Sie hören, was soll denn das? Easy, easy Er soll sich hören, doch Er kann nichts hören Er schwebt weiter Fertig losgelöst Von der Erde Schwebt das Raumschiff Völlig schwerelos Er hat so viel gesorgt Die Erde schwebt blau Elektrofunk kommt Grüßt mir meine Frau Und er war stumm Und wir trauen noch Egoisten Major Tom Denkt sich Wenn die wüssten Mich wird hier Er Rüstbar Scheiße, du bist so scheiße gemacht Ja, war das ein Video Hier wird kalt Wie kann man denn so So doofen scheiß Karaoke-Lied schreiten So kann man doch gar nicht lesen Völlig losgelöst Von der Erde Schwebt das Raumschiff Schwerelos Völlig losgelöst Von der Erde Schwebt das Raumschiff Völlig schwerelos Ja, das war Metro Tom Ja, ich würde sagen Clean gesungen Danke Ja, bitteschön Nur für euch Wir können uns sehr glücklich schätzen Ja Ja Gibt es noch etwas? Fickler? Hast du was? Wollen wir mal ich muss gleich mal pinkeln ich auch können ja auch 5 Minuten Pause machen ja ich bin grad voll fixiert in das Spiel oha Hätte ich nicht damit gerechnet, dass ich da schon gewinne Go, 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 go die Makare sagt noch alles ab hier aus den Taschen nix ist es bleibt schön bei mir er hatte, der hatte einen Tupair holen jetzt gleich warum muss ich noch was machen das ist ein letztes Geld das ist doch Schwachsinn ich hätte sogar gewonnen ich hätte sogar gewonnen ich hätte ein Damenpaar gehabt dass ich da schonste das ist doch wir haben das ist doch wir haben das ist doch das ist doch was ich das ist doch das ist doch aber ich 8, 7, aber der hatte nichts, ich hatte auch nichts. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich brauche gute Karten, der Dealer soll mir gute Karten geben. Ich bin ein guter Kartenspieler, habe ich doch gesagt. Ja, aber wenn du nur auf deine Handkarten achtest, dann achst du, ist das, du musst ja auch mal gucken, was es kommt. Guck mal, ob du damit was anfangen kannst. Das war ein Spiel. Wenn du nur noch High-Karten guckst und deine Hand ist, bringt das auch nicht viel. Oh, 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 guck mal, das ist guter, sagst du, das ist gute Karten. Das gehst du raus. Tja, war doch nicht so gut, ich habe mich verguckt. Was? Entweder sie hat eine 6 oder hat eine Straße. Lügst du? Lügst du, lass mir die Passkrepp. Er hat die 6 gehabt. Er hätte jetzt gedacht, du blöfst. Ich gehe mal auf die Toilette. Ich gehe mal auf die Toilette, Schatz. Ich gehe mal auf die Toilette. Ich gehe mal auf die Toilette. O romanen-Ocı. Und da war erst die Hero. Vielen Dank. 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 Oh, nice. Was? Sehr gut. Bist ja wieder voll dabei, ne? Wo? Sag mal, hattest du nicht vor einer halben Stunde 40 Scrap und jetzt 800? Ja, aber was, go auf 6 Scrap unten. Nicht schlecht. Ich hab mir von Rick 200 leihen müssen. Jetzt die andere Seite. Was ist denn, hat jemand von euch Kürbisse da? Call 200. Bist ja wahnsinnig. Raus hier. Hat jemand von euch Kürbisse für mich? Da hat ein To-Pair, wirklich. Komm, nicht auf mein Inventar. Bin ich oben auf dem Dach noch welche? Was denn? Ich brauch Kürbisse. Gibt's oben keine mehr? Nee. Hier ist noch, hier ist noch was zu essen. Wo bin's? Ja, guck mal richtig nach. Ja, wow, das, das soll ich essen. Ja. Ja, ist dabei. Glaub ich mir eine Sonnenbrille. ich liebe dich wie du hier schläfst und das ist eine süße Nachricht von mir ich hab dich lieb schlaf gut ich deck dich mal hier noch zu Kuss Kuss Edo P aber kleinen Polarmann hast du schon ja ich zieh dich noch ab Gute Bye Gute Bye Gute Bye Gute B Gute B Wir sind der Steht kein Sc nuovo Brothers Was ist hier los an dem narrowbod laubob tisch Das war eine blöde Karte, die ich hatte. Das war eine blöde Karte, die ich hatte. Das war eine blöde Karte, die ich hatte. Okay, Karisak, ja. Okay, okay. Ich bin dabei, Karisak, wenn du dabei bist. Okay. Oh, oh. Gott sei motivierter Junge hier, okay. Mal sehen. Karisak. Karisak, ich werde dich ausziehen, Junge. Oh. Eieieieiei, Karisak, eieieieiei. Jetzt... Macht er hier einen auf Pokerface? In Hilfe. Herr Karisak, helfen Sie mir bitte. Ich glaube ich, dass nicht wieder das Spiel funktioniert. Aha, okay. Okay. Okay, okay, das ist gut, das ist gut. Sehr gut sogar. Shepard, wurdest du gerade geradet? Oder hat dir jemand von euch eine Straße? Ich glaube, Shepard wird gerade geradet oder so. Weil Shepard denn Musik... Hat dir jemand... Achso, oh. Oh. Mit 49 Zuschauern wurde gerade geradet. Klasse, hallo Leute. Grüßt euch. Hallo. Jo, äh, gut, Karauke gibt's ja nicht mehr. Also, äh... Was? Was? Er redet groß und dann geht er raus. Ach, das ist ne Straße. Warte, was hattest du nicht? Ich hab's nicht gelesen. Was hat er? Ein Straight-Ding. Also, so ne Zahl-Reihenfolge. Was ist ne Straße? Das ist praktisch, ich will mich verarschen, Junge. Shepard hat keinen Plan von dem Spiel. Diese UNO-Regeln an diesem Tisch irritieren mich. Diese UNO-Regeln. UNO-Regeln. Okay, alles oder nix. Let's go, Brian. Zeig uns, was du kannst. Let's go. Warte, was Shepard macht. Nein. Ich muss kurz, äh, ich muss kurz was trädigen. Komm schon. All in. Shepard traut sich, wieso nicht? Weil die Feigling ist. Halt's Maul, Brian. Dein herzlichen Mann, Junge, du. Ich hab nix. So wie Kari sagt, er traut sich auch nicht. Ich hab nix mehr auf der Hand. Jawohl, mein Pott hier. Pfeifen. Ich hab auch keine Lust. Kannste haben. Du, kleiner Wunsch. Was hast du gehabt, Brian? Nur Statt. Ich hatte nix. Nur nur gehabt? Gar nix. Ich hatte nix. Und... Oh, yes. Was ist los, ihr Versager? Traut euch mal was. Sagt der Richtige grad rausgegangen. Sagt der Richtige grad rausgegangen. Sagt der Nacht. Sagt der Nacht. Allein schon wegen der Reaktion hatte er Sagt der Nacht. Und so. Ich hab gar nix. Mh. Hab er auch nix. Ich weiß was du hast. Ja, ja, du bist sowieso ein kleiner Lavacop. Ich hab auch nix. Also von daher. Aber egal. Ich geh mit. Für euch. Gib euch die Scrap. Was? 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 Komm schon, der Kerl sagt, trau dich, mach mal was. Achso, ich bin dran, ja, äh, weiß ich. Ja, dann check ich mal. Pussy. War klar, dass das kommt. Die denken alle, das wäre hier eine Tür, deswegen klopfen sie drauf. Oh, Brian, wow. Loser seid ihr. So, ich sollte mich ertrauen, ne? Halt die Fresse, Brian, oder ich stresche dir die Zähne ein. Das schaffst du nicht. Guck mal, wie er foldet, weil er Angst hat. Nee, 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 nee. Wenn du meine Karten hättest, dann wirst du auch foldet. Du foldest jedes Mal, wenn deine Karten nicht gut sind, obwohl auch nichts vorne liegt. Ich hab hier die 1000, Scrap. Wie viel hast du? Der hier Typ, der mir das Spiel erklären will. Du törtelst ja auch die ganze Zeit. Ihr habt gar nichts. Ihr seid's beide, Versager. Ihr törtelt. Nachricht. Ich wollte euch eigentlich was erzählen. Jetzt macht endlich euer Spiel, ihr Noobs. Ihr löschen. Ich zähl euch alle aus. Hör mal, akutes Fluschgefahr. Trade auf. Genau. Er hat alles noch Karten. Verdammt, ich wollte raisen. Äh, nee. Ich bin ja loser. Traurig, Brian. Er brennt es schon raus. Alles oder nichts, Regler. Was hast du denn? Was hast du denn auf der Hand? Druck mal R. Gönn ist dir, gönn ist dir. Schwach. Hä? Äh, ich hatte zwei Pär. Neun. Und, äh, keine Ahnung. Neunhundert. Habt ihr gesoffen oder was? Was soll denn das denn? Meine Fresse, was ist mir los? Bitte, ich brauch das Bild. Kannst du mal nicht. Was? Warte mal. Ich hab falsch gedrückt. Nein, ich hab mich verdrückt. Jawohl. Ich hab mich verdrückt. Scheiße. Abgezogen. Abgezogen, Schäffert. Abgezogen. Ich wollte gar nicht raisen. Oh mein Gott, ich hab nicht aufgepasst. Du elendiger Hund, Brian, Alter. Ich hab nicht aufgepasst. Kleine, du kleine Stück Scheiße. Ich hab dich abgezogen. Scheiße. Ich hab einfach R gedrückt. So, von 1000 runter auf 600, ne? So schnell geht das. Ich bin jetzt wieder flüssig. So schnell geht das. Ich bin wieder flüssig. Ich hab hier verloren. Der Schäffert. Speedrunner ist. Und ich werd dich auseinandernehmen, der Elendiger Hund. Ich geb mir kurz ein Eis. Ich geb mir ein Eis holen. Ich geb mir ein Eis. Ja, da check ich doch mal. Checkt mal mit. Komm. Okay, nix ohne. Ah, Brian möchte Eis holen. Okay. Scheiße, warum bin ich raus, Mann? Hab ich nix gedrückt? Hab ich gepennt? Ich wollte schon gar nicht rausgehen. Na? Macht keinen Spaß mit schlechten Karten. Ja, auch fluffen. So wie ich. Ah. Er ist nur um Törteln, der Kari sagt. Ja, ihr macht hier einen auf Casino Royale, aber ich spiel halt clever. Ich hab bin, komm mit Gewinn hier raus heute. Clever. Wenn es die richtiges Pokern würden, die würden die, würden die, würden. Was, wieso sprichst du in der Zukunft, wenn, wenn das Spiel noch nicht vorbei ist? Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass du hier mit Scrap rausgehst, oder? Das ist lustig an der Geschichte. Du würdest dich abziehen, Junge. Wenn das richtiges Pokern, würde der Einsatz ja noch erhöht werden. Dann könnt ihr ja nicht so törteln. Das ist doch richtiges Pokern hier. Hier sind richtige Männer auch am Start. Immer wenn einer raus ist, wo der Einsatz eigentlich wäre. Dann hast du hier Schneis geholt. Ja. Los, hol dein Eis, komm. Hab ich's doch schon. Hallo. Gut. Fimschert. Trau dich. Ja, ich trau mich. Ich checke. Ich blöde. Blöde eh nur. Egal. Guck mal, wie doll sich Shepard schon runtergespielt hat. Der Feigling. Scheiße, Mann, Alter. Ich will nicht. Ich will nicht. Du es. Da bestimmt jemand eine Straße, weil dreimal piek. Oha. Hast du gesehen, da ist kein Mann. Ja. Ja, das ist ein Fluss. Glückwunsch. Sehr gut, sehr gut. Ich weiß nicht, was ich hab. Noch nichts. Okay. Ach, dann spinne ich mal. So, Leute. Jetzt aufgepasst hier. Und zwar call ich. Ich hab' ich auch gesagt. Ich hab' ich auch gesagt. Ja, 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 so, so. Raise. Okay, interessant. Riskiert er was, riskiert er was nie. Was ist los? Musst du erst mal Stream snipen oder was? Let's go! Ich dachte du riskierst nix, Mann! Ich war mir sicher, Karis sagt, wird nie was riskieren, Junge. Der riskiert nix, Junge. Als ob du dreckiger Junge, du bist doch ein elendiger Sweet-Sniper. Ich hab immer noch 2000 Scrap, ich mach dich fertig. Manchmal Turtle, manchmal ein Fuchs. Haha, Strategie anpassen. Ja, der Chat hat dir bestimmt gesagt, dass du all in machen sollst, oder? Nein, mein Chat ist ruhig. Ich hab nur Bots in meinem Chat. Ich hab nur Bots in meinem Chat. Ich hab nur Bots in meinem Chat. Nee, musst du nicht. Das macht Twitch inzwischen sehr professionell selber. Das dauert manchmal so zwei, drei Tage oder so. Aber eigentlich kriegt Twitch das inzwischen gut geregelt, die zu löschen. Das merkst du. Also, du musst es nicht selber machen. Die Zeiten sind vorbei, wo Follower-Bots durchknallen. Ey, das ist, weißt du? Ach, ich hab gefolgt. Fass. Schlimm ist ja, mein Alert geht immer noch. Jetzt los. Ja, los, ihr elendige Hunde. Ich mach euch jetzt fertig. Ja, eure Zeit. Ich nimm dich aus wie ne ganz Junge. Kannst nix, Shepard. Das ist ein Laberkopf. Ey, oh Mann, ihr seid so schlimm. Die zwei mit den Müllsäcken auf dem Kumpellamer, die er weiß. Ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig. Shepard hat keine Ahnung von dem Spiel. Wir nehmen den aus. Wir nehmen den aus. Ich hab Ahnung vom Spiel, verdammt. Du hast keine Ahnung vom Spiel, Alter. Hast du mir hier doch ein ganzes Geld verloren, Alter? Gibst du das mir zurück jetzt, oder was? Ich guck mir das Geld jetzt zurück, so sieht's aus. Das ist der Plan. Oha. Oh, warte, wie knapp. Der acht noch. Oh, wow. Straight. Shepard. Shepard ist wieder drin. Und die Karte hat alles wieder verloren. So wie gestern. Shepard, wo hast du euch die ganzen Scrap herbekommen? Ich bin natürlich Troutan nicht ganz. Bitch. Ich bin mit schlechten Spielern zusammen da. Es ist einfach. Shepard, wir hätten dir das ganze Scrap gegeben. Warum macht ihr das? Was? 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 Shepard verliert wieder alles. Ich hab dich so abgezogen. Shepard, sag auch. Der hat dich so abgezogen. Hey Shepard. Hey Shepard, was das lustig bei mir im Chat ist. Weißt du, was das lustig ist? Was ist lustig bei dir im Chat, Brian? Ja, ich hab's auch nie an. Das kann niemand reinschreiben. Ich bin so glücklich. Brian, hast du ne Damen? Ja, sehr gut. Ich hab's mal rein bei Brian. Schau's mal. Schau's mal tief in die Augen. Hast du ne Damen? Hä? Was war das denn jetzt? Ach, das war wirklich klar. Ne, aber. Wie einfach raus geht, das war ich eigentlich. Ah, okay. Wie einfach raus geht. Also ich hab jetzt mal ne Frage, Leute. Nur für mein Verständnis. Poker ist doch wie Kniffel, oder? Ja. So ziemlich, ja. Gut. Okay. Gib mal auf Google ein Poker-Hand. Dann siehst du, was das Beste ist und was das Schlechteste ist. Dann siehst du unter Bilder. Ja, ich weiß, hab ich schon mal. Hab ich schon. Poker-Bilder heißt das. Nein, Poker-Hand. Ne, Poker-Bilder. Nein. Sieht doch gut aus. Los. Wer verteilt die Karten? Verdammt, ey. Luis. Ja. 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 Ja, ja. 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 Hmm. Oh, zieht der Shepard wieder so die Taschen aus? Der hat schon wieder verloren, der Shepard. Ich call das. Das ist so scheiß Karten. Ihr zieht mich hier richtig aus, ey. Das gibt's doch gar nicht. Wenn du das Spiel nicht kapierst, das ist gut. Ich hab das kapiert, Mann. Ich hab doch sogar auf der rechten Bildschirm immer so die Karten auf dem... Shepard. Shepard, wir wollen Gegner, keine Opfer. Straße, Drilling, zwei Paare, Paar, High Card, das ist doch wie Kniffel hier. Ja, immer noch. Ich hab immer Kniffel mit meiner Oma gespielt. Wir wollen Gegner, keine Opfer, also geh mal runter. Also, ich hoffe, wir niemals hatten das. Scheiße, Alter. Nen, du, Pär, Shepard, was hattest du denn auf einmal, dass du so sicher warst? Nen, du, Pär, ich hatte ein Paar, Junge. Ich hatte ein Pär, Alter. Mit Bube. Bube-Paar hatte ich. Ich bin voll gut, ich bin Shepard. Ich hab gern Kniffel mit meiner Oma gespielt. Ich hab ein Bube-Pärchen gehabt, Junge, ein Homo. Ein homosexuelles Bube-Pärchen hatte ich. Die war ne Händchen haltend nebeneinander, da konnte ich nicht Nein sagen. Da wollte ich unbedingt den Dreier haben. Mit wem wollte ich... Scheiße. Da bette ich doch mal. Jetzt kann ich aus meiner Turtle-Strategie wieder ein bisschen raus. Da kommt der aus der Ecke gekrochene Karresack, Junge. Jetzt kommt der Fuchs. Das Karresack geht mir am Sack. Junge, Alter, wenn wir hier raus sind, du bist so verprügelt von uns. Weißt du schon, wir klonen den ganzen Skript. Wir wissen, wo du wohnst. Du bist richtig verprügelt, Junge. Der wird so auseinandergenommen. Gib mir erstmal deinen Axt. Gib mir erstmal den Eispickel zurück, den du mir Tag 1 geklaut hast. Und überfallen ihn einfach, Junge. Wir haben dir nix geklaut. Lügen über Lügen. Wir haben dir noch nie was geklaut. Ich check mal. Wir haben noch nicht mal ne Leiter, haben wir dir geklaut. Ganz ehrlich, der Junge, der Junge hat doch safe. Der Junge hat doch safe, äh, der ist doch am snipen hier. Scheiß drauf, Alter. Ich hab sowieso 5.000 Scrap, Alter. Ich bin richtig am losen hier, ey. Ich brauch die Scrap. Guck mal, wer da ist. Mit meinem Perge bin ich jetzt sowieso... Hä? Ey, was soll das? Jetzt hast du... Du hast dich verklickt wieder, ne? Ich hab keinen Bock auf euch. Wer hat dich hier verklickt? Ja. Ne, Shepard... Fuck! Geh nicht rein, geh nicht rein. Ich wollte raisen! Hast du grad... Nein, du wolltest nicht raisen. Bitte nicht! Bitte jetzt... Ehrlich... Alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Ne, Shepard hat grad gesagt, ich geh hier fucking... Ich geh jetzt hier all in. Und auf einmal sagt er auf einmal... Hör, ich wollte raisen. Das ist so ein Lügner. Er hat was Gutes. Und er hat vorher gesagt... Ich bin kein guter Poker, aber das stimmt. Du hast mit Absicht gesagt... Ich will dich verwirren, Brian. Ja, ja. Brian geht raus! Ja, er geht raus! Und alle gehen raus! Drück mal R, Shepard. Drück mal R. Steiger, Steiger. 805. Ich hätte ihn sogar abziehen können mit meiner 2,7. Ich hatte... Ich hatte einen Flasch. Das ist ja. Ich habe das ab und zu�den. Okay. Ich habe das ab und zu�den. Ich habe das ab und zu�den. Ich werde das ab und zu�den. Die sind ja. Ähm, Sie da? Setzen Sie sich jetzt mal hier hin und spielen Sie mit. Ja, aber da gehen Sie sich wieder. Ja, du Pussy. Ja, ich hab nichts auf der Hand hier. Freulich. Was soll denn das für eine Scheiße hier? Ja, ich geh mit vor euch. Ich geb euch die Scrapper. Schucki, Schucki. Ich geb euch meine Scrap. Ich hätte eine Straße. Komm, nimm meine Scrap. Ich. Freulich. Damit ihr auch mal Scrap habt. Ich möchte deinen Scrap nicht. Egal, Scrap stimmt nicht. Ich nehm's. Ah, der Rickle Beer. Du dreckiger. Der, der am wenigsten hat, geht hier am Ende mit den meisten Scrap raus. Wäre ich noch drin geblieben, hätten wir doch gesplittet. Das glaub ich nicht. Wir hätten sogar gesplittet, sozusagen. Warum hast du so einen hässlichen Dinger in deinem Gesicht? Das nennt sich Bart, äh, Brian, aber das kennst du ja nicht. Äh, sag ich jetzt lieber nicht. Das nennt sich Bart. Brian, ist dein Eis weiter? Nee, ich hab dein Dings gesehen hier. Da bist du jetzt das Schlagstück in der Hand. Dann willst du die irgendwo einfüllen. Ja, aber ich krieg auch die Fäste. Er hat schon wieder nix. Scheiße, ich hab fast, ja, ich hab nix gehabt. Er ist so schlecht. Ich hätt fast ne Straße gekriegt. Er ist so schlecht. Fast ne Straße, Junge. Du bist so schlecht, du bist so schlecht, ne. Ich bin nicht so schlecht, Alter. Ich hab jetzt gute Karten. Mann, ich hab ja kein Glück. Du bist schlecht. Ich werd euch abziehen jetzt. Was als Herbert spielen, dann gewinn ich vielleicht auch mal. Wörts auch mal auf, jetzt. Jetzt wechseln wir die Plätze, jetzt bin ich wieder dran. Ich mach euch fertig. Hey, Lenny, runter. Sehr gut, sehr gut. Kommt schon. Jawohl. Immer schön hoch den Topf. Nicht schlaff werden, Männer. Los, mehr rein, mehr. Für die Männerrunde, da will ich ein paar Scrap-Agentiff sehen. Ihr Pussys. Brian scheint wohl kein Mann zu sein. Hör mal auf jetzt, bitte. Na los, her damit. Immer her damit. Scrap oder Pussy? Genau. Fuchsstrategie aktiviert. Shepard, hast du ein Entrück? Shepard, Shepard hat ein Ende. Ich raise natürlich. Für mich gibt es nichts anderes außer raisen. Ich seh die Karten nicht mal. Liegen schon Karten auf dem Tisch? Shepard. Jetzt sind die Karten auf dem Tisch. Shepard, ich seh dein Blatt. Ja? Und was hab ich? Soll ich wirklich sagen? Das Erste ist ein... Soll ich wirklich sagen? Ich sag... Aber wieso siehst du das denn? Ja, guck mal, Shep. Okay, dann... Dann sag mir doch, welches Blatt ich hab. Du hast... Hä? Du hast einen König. Und du fünf. Ist das so? Das ist ein König oder fünf? Reinhaft, die Leute zu verarschen. Dankeschön. Danke fürs Mitspielen, Leute. Danke, 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 danke. Er hat den König und den Dahmer hat er. Danke fürs Mitspielen. Du bleibst schön hier. Ich nehm dich aus. Ich bin dir ganz verdammte Scheiße. Ich will nur eins sagen, ne? Wenn du mich noch mal streamst, halt. Ich bin heute mit 300 Scrap hier reingekommen. Hab jetzt 1800. Ey, Shepard, willst du... Da passt die gleichen Karten. Junge, Alter, Brian hat jeden Stream von euch offen und weiß, welche Karten ich hab. So ein Schmitz. Ich hab jetzt deinen wieder weggemacht. Deswegen erklärt ihr mir auch, wie ich mit meinen Karten spielen soll. Ja, ja, das erklärt einiges. Ich geh lieber raus. Sag jetzt hin, ne? Ich geh jetzt lieber raus. Nee, nee, da bin ich nicht... Ja, auf den Stream. Warte, mach Shepard seinen Stream nochmal auf. Muss er wissen, was er für Karten hat. Brian macht wieder No-Brainer, indem er er selber ist. Wieso? Das ist aber ganz schön toxic jetzt. Shepard ist immer... Shepard ist der Losteste von uns. Turtle-Strategie. Wer hat die Straße? Ich. Rausgegangen? Er ist echt rausgegangen. Er hatte echt was. Ah, so sieht ein Ast hier aus. Ich muss mal ganz toll machen. Wieso bin ich Small Blind und hab 10 bezahlt? Ich bin Big Blind und hab nix gezahlt. Warum zahlt der Dealer den Small Blind und du den Big Blind? Ja, warte, soll ich gucken, was er heißt? Dann sagst du es mir freiwillig mit? Ja. 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 Hmm. Nice. Easy. Er hat dich abgezogen. Hast du dir nicht gedacht? Guck mal, wie viel er jetzt hat. Ich wusste, dass du nix hast. Das war so klar. Kann mich jemand wieder reinbezahlen? Ich finde es lustig, wie Shepard sagt, er wusste, dass du nix hast. Das ist so ein Schwätzer. Er wusste nicht mal, was er macht. Ja, nee, ich glaube da nicht dran. Rust gibt einem, könnte einem nicht. Kann mir jemand 100 leihen? Was, man hat genug Scrap, um einen Triple zu gewinnen. Takari sagt, er hat genug. Warum raced ihr alle? Ich gebe dir gerne 100. Einen Moment. So eine Pussy. Da hat er mal ein bisschen Scrap. Nein, ich muss jetzt raus, weil ich muss ihm 100 Scrap geben. Ja, genau, du Weichei. Ihr seid beides Pussis. Also ich sag mal so, ich bin jetzt im Plus, glaube ich, mit 600, oder? Nein, du hast 1000. Du musst 2000 kriegen. Ach so, ja, stimmt, ja. Ja. Vorher eine große Summe verloren. Ich bin jetzt im Plus. Hat der Kari gesagt, geben die 100? Nee, ähm. So ein Schwätzer. Ich muss da rausgehen. Ich gebe ihm jetzt die 100 Scrap. Was, ich mach das. Ja, genau, genau. Ja, aber dann hat die nächste Runde angefangen. Ja, auf einmal. Das geht nicht so schnell. Ja, ja, ja. So ein Schwitzer. Warte, bin ich raus? Warum? Ich hab gepennt. Fuck. Egal, scheiß drauf. Geh ich ab. So, 100. Nee, ich gebe dir 200. Komm. Spiele ich jetzt gegen Brian, oder was? Ja. Easy gewonnen, Lappen. Viel Spaß. Easy. 10 Scrap, Junge. Easy. Komm rein wieder. Kommt rein, Leute. Kommt, Shepard. Easy gewonnen, Junge. Ist das ein schlechter Spieler? Richtig schlecht ist der. Ich werde mit den anderen spielen und nicht auf dich warten hier. Auf dich warten wir warten. Du bist der Spieler, auf den wir mal am längsten warten. Wenn ich einen Timer setze würde, wären wir schon bei einer halben Stunde oder eine Stunde bei dir. Okay. Man darf gar nicht mit 1500 wieder rein. Erst nur mit 1000. Na gut. Toll habt ihr das gemacht. Als Maul, ey. Als Maul. Na, habt ihr euch zusammen überlegt, so, wie können wir den wieder überlisten? Richtig. Ja, Mann, wir cappen einfach den Tisch, Mann. Was? Ich hab gewonnen. Oh mein Gott. Ich hab ihn aufgezogen. Du bist so ein Assi, Junge. Ich will so raisen auf entspannt und sehe, dass der auf einmal so viele Scrap eingesetzt hat. Ich bin immer zu schnell. All in. Und ich hab ihm wieder sein ganzes Scrap weggenommen, was er gerade verdient hat. Scheiße, Alter, scheiße. Sein ganzes Scrap, was er gerade verdient hat. Für E-Rendiger. Guck mal, wie viel Schrap. Wie viel bist du jetzt im Plus? Gar nicht mehr. Er ist jetzt wieder bei Null. Nee, es ist aktuell wieder. Ist er auf 1000 Minus. Ich mach euch jetzt alle fertig. Jetzt bin ich wieder im Zug. Und ich gewinne sowieso. Ihr könnt schon mal aufgeben, ihr Loser. Los, macht schon. Traut euch. Traut euch, ihr Noobs. Ich werde euch alles versagen lassen. Trau dich. Trau dich, Schrap. Du willst mich doch verarschen. Trau dich. Ich trau mich, Junge. Ich trau mich. Einfach nur wegen der Unterhaltung. Ich mach's nur, damit das Ganze hier auch unterhaltsam bleibt. Oli, ihr Wichser. Karisaki, gehst du mit? Nur für die Unterhaltung. Nur für die Unterhaltung. Komm, Karisaki, geh raus. Das ist ein Ding zwischen mir und Shepard. Ich hab nicht bei. Ich hab mal zurück. No way. No way. So, auf Wiedersehen, Jungs. Ich hab's gut noch gewonnen. Ich hab das gemacht, weil wir im Team arbeiten. Und wir haben so Karisaki. Wir haben so mit Karisaki. Guck mal, wie er so tut. Mit 1000 Bits wieder zurück. Guck mal, wie er so tut, als würde ich ein Kind. Guck mal, Karisaki, kriegst du was. Dann kannst du mal. Hast du noch so ein Scrap? Warte mal, Brian. Du schuldest mir noch 1300 Scrap, Junge. Du schuldest mir noch 1300 Scrap, weil dein Chat dir gesagt hat, ich hätte die genommen. Aber ich hab's die nicht genommen. Also gibst du mir jetzt zurück. Du hast noch genug Scrap. Wie viel haben wir aus? Sei dein Ehrenmann. Sei dein Ehrenmann und gib sie zurück. Brian, Junge, ich hab dir zu diesem Sieg verholfen, weil ich die Karisaki gelockt habe, Alter. Oh, ja, genau. Ich hab ihn ausgelockt aus dem Loch. Du tust dir das auf einmal so. Du kriegst wieder Glass Card, irgendwas krass, dass es weitergeht. Gib sie raus, Junge. Ich hab eh noch 1000 Scrap, ich kann weitermachen, aber sei fair, Brian. Weißt du, was lustig ist? Sei fair und gib mir die 1300 Scrap zurück. Karisaki sagt so, ey, ich bin voll im Plus und sowas, alles weg. Karisaki, wir sind halt ein Team und du nicht. Jetzt freut ihr euch, ne? Du hast doch noch Geld. Dass ihr mit 2 gegen 1 gewonnen habt, ihr Loser. Der ist nicht in meinem Team, der gehört nicht zu mir. Alter Shepard, wehe. Wehe Shepard. Wenn er mich jetzt, wenn er mich jetzt beklaut, Shepard, wirklich, dann... Wenn ich wirklich... Hallo, Brian. Du hast ja echt viele Scrap, Junge. Gibst du mir bitte meinen Scrap zurück? Holy shit. Du schuldest mir die noch, Junge. Gibst du mir die jetzt bitte zurück? Sei doch nicht so. Ne, gib mir die jetzt zurück. Sei doch nicht so. Shepard, gib mir die zurück. Junge, du hast mir 1300 Scrap aus dem Metall geklaut. Jetzt gib mir die zurück, Shepard. Junge, ich schulde dir die nicht mal. Jetzt gib mir die zurück. Dankeschön. Du bist echt ein Asi, wirklich. Jetzt kein Asi-Move. Du hast doch Scrap. Ich behalte das auf. Ich muss Karin gesagt auch noch was geben. Nee. Gib doch mal her jetzt, Brian. Alter, du hast so viel Scrap wirklich. Außerdem ist es meine Scrap. Du hast mir auch gestern auch Scrap geklaut. Ich hab dir keinen Scrap geklaut. Wo hast du das in meinem Stream gesehen? Nur weil deine Leute im Chat dir das sagen. Hey, wenn ich dir offen und ehrlich als Freund sage, ich hab dir keinen Scrap geklaut. Boah, was wirst du für ein Unehrenmann, der mir dann die 1300 Scrap nicht freiwillig zurückgibt. Ey, Leute, Leute. Wollen wir weiterspielen? Willst du streiten, oder was, Junge? Ich will einfach nur weiterspielen. Wir spielen weiter. Wie viel Geld hast du noch? Du bist so, Brian ist so ein richtiger... Alles gut. Ich hab noch... Ich hab noch... Wenn du Brian Macht gibst... Was für Machthaben? Dann würde der wahrscheinlich irgendwie so einen diktatorischen Staat zunichtermachen. Du bist jemand, der lässt Leute für sich farben, damit er konnte dann. Was für Leute für sich farben? Ich bin selber farben gegangen. Außerdem war das eine fragende Bitte an Klapsen. Das muss ich jetzt einmal klarstellen. Nein, 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 Schöpferd. Nein, nein, Schöpferd. Mein Neid, die hat mir die nicht geklaut und Turner hat mir das nicht geklaut. Ein, der sein kann, ist Schöpferd. Ja, das ist schon mal ein Start. Ganz schwach, Brian. Ganz schwacher Charakter. Nee, nee. Dass du deine, die 1300 Scraps, die du mir aus dem Inventar geklaut hast, ohne dass ich dir jemals einen Scrap geklaut habe. Ganz schwach. Nur wenn dein Schöpferd das sagt. Das ist so gelogen, was du sagst. Du bist ja auch so ein Lügner. Ich hab dir nie Scrap geklaut. Ich hab gestern, ich hab die ganze Nacht Scrap gefarmt und irgendeine Fotze hat uns, äh, äh, hat mich der Scrap auch beraubt. Nee, nee, nee. Ich hab 30 Stunden gestreamt, Junge, und war die ganze Nacht unterwegs und hab Scrap gefarmt. Würdest du mir erzählen, dass ich keine Scrap hatte, oder was? Die waren am nächsten Tag alle weg. Wenn ich jetzt gucke, hast du deine Scrap nicht von, 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 von Sherlockard bekommen? Nee. Der hatte mir nur was geschuldet. Ja, das war, das waren genau die tausend noch was, irgendwie. Junge, erzählt dir dein Chat schon wieder irgendwelche Lügen oder so? Junge, die tausend, die hab ich ihm vorher gegeben und dann hat er mir die zurückgegeben. Ich glaub, Scrap hat kein Wort. Irgendwie hab ich jetzt Schiss, was zu spielen. Why? Du hast die Taschen noch voll, Mann. Stimmt, ich hab hier immer noch mehr als ihr beide. Oh weh. Ja, genau so sieht's aus. So, wieder turteln hier bis. Zwei Stunden lang turteln muss ich jetzt wieder. Toll. Du hast eh ne Ass, oder? Ich geh mit. Ich weiß eh, dass ich verloren hab, aber scheiß drauf. Für dich. Damit du ein bisschen Scrap zurückkriegst. Ah, easy. Was bringt ihr Koordinaten? Was hab ich denn 2-Pair gehabt? Achso, wegen den Assen. Ah, die Assen. Okay, ich hab gerade gecheckt, dass ich doch Poker nicht verstanden hab. Ein Anfangsgewicht. Aber ja, dafür bin ich ja hier, aber das ist zu lernen. Hm. Ich checke. Ja, lass mal reden. Lass mal kommentieren, was wir immer machen. Dann kommt ja wenigstens ein bisschen Kommunikation rein in die Runde. Du checkst? Ah, okay. Ich checke gar nix. Äh, ich calle meine Oma. Ja, ist der Insel des Südens. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Und ich calle Nee, ich reise. Hey, wieso hat Brian nur noch 500 Scrap? Weiß ich nicht. Ach, ganz ehrlich, du bist sowieso ein Anti-Made. Was für Anti-Made? Du bist sowieso noch ärgern. Ganz ehrlich, Junge, das ist ein scheiß Spiel, Alter. Denkst du, ich reg mich da wirklich drauf auf? Darüber auf, Junge, das interessiert mich den Scheiß, aber ich find's halt trotzdem doof von dir. Du regst dich doch drüber auf. Na, ich ich jagger mich darüber auch, dass du so ein charakterschwacher Mensch bist, aber aber nicht darüber, dass ich die Scrap nicht hab, das ist mir sowas von scheißegal, Junge. Denkst du, das juckt mich? Denkst du, das juckt mich oder wie, Junge? Das juckt mich null. Wenn ich jetzt gewinne, dann will ich von Brian eine 10er Subbombe. Also Brian, was sagst du? Ey, wer ist denn gerade dran? 10er Subbombe, Brian? Scheppi. Was? Du heilandige Sixthick! Das wird gewinnt wieder. Okay. Scheiße, man. Brian, wenn ich gleich Geld brauche und du gibst mir das nicht, dann quitt ich unsere Freundschaft. Ist mir egal. Was hast du gesagt, ich hab heute nicht zugehört? Ich hab gesagt, wenn du mir gleich das Geld nicht gibst, quitt ich die Freundschaft. Ja, ist mir egal. Halt's mal, Junge. Jetzt bist du aber rein provoziert, jetzt musst du die Pille schnucken. Könnt ihr, die Leute bei Brian im Chat, könnt ihr mal bitte immer so richtig flamen dafür, dass er ein dummer Mensch ist? Oh. Jetzt klug spielen, um alles zu bekommen. Scheppi würde noch Scrap von mir bekommen, aber wenn ich ihm jetzt tausend Scrap einfach so geben würde, würde er alles verzocken. So, so, so. Interessant. Also, er würde sofort wieder schnell ohne ihn gehen, wenn er weiß, er hat noch einen Puffer. Flame, flame. Das ist jetzt übelst zeltet. OOC, hat gerade einer in den Chat geschrieben, OOC ist alles cool. Ne, Florian, ne. OOC ist nix cool. Brian kriegt von mir einen Haufen Code in ein Paket nach Hause geschickt. Darf ich dir ein bisschen On-Trim öffnen und ein Video drüber machen? Spiel doch mal. Ja, klar. Ja, weil es richtig tiltet. Es richtig tiltet. Scheiße, kein Flasch für mich. Es richtig tiltet. Fuck! Brian braucht noch ein bisschen, der muss noch eben Streams nehmen. Er ist richtig tiltet. Er hat leider nichts gehabt, das ist auf dem Film. GG, Boys, GG. Ja, los, Geld rein. Ich will gewinnen. Du musst viel aufholen. Gib mir dein letztes Scrap, Lutz. Ich wusste, dass du gewinnst, so freutiger Hund. Three of a kind, Anna? Was hast du gehabt? Vier, ne? Ach so. Ach so, die vier, okay. Die vier. Three of a kind. Oh, da kommt jemand. Wer ist denn da? Jungs, wir müssen uns jetzt benehmen, glaube ich. Da leben noch welche? Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Haben Sie Geld, dann setzen Sie sich hin. Ja. Ja, guten Abend. Ja, guten Abend. Was ist denn hier der Einsatz? Kommt, Raphaden, hier wurde schon viel verloren und viel gewonnen. Ich gehe all in. Ich schau jetzt zu alt auf, nicht, was ich mache. Acht mal. Du spielst jetzt vorsichtig, weil du weißt, dass du nachher kein Scrap mehr hast. Ganz ehrlich, Leute, Brian hat heute Nacht 1300 Scrap geklaut und weil er in seinem Chat ihm das gesagt hat. Brian ist ein rückgratloses Stück Scheiße, ein schwacher Charakter, ein schwacher Mensch. Ich bin enttäuscht von dir, Junge. Ich habe nur noch 280 Scrap, du mese Stück Scheiße. Ich will, dass du dich dieser Situation bewusst wirst. Ich will ihn leiden lassen, er kriegt so oder so Scrap von mir. Du bist einfach nur falsch. Er kriegt so oder so Scrap von mir, wenn er... Frau Hasi, Sie sehen, wir spielen schon etwas länger. Hier gibt es... Er würde so oder so Scrap von mir bekommen. Er würde so oder so Scrap von mir bekommen. Eigentlich wollten Brian und ich hier ans Team reingehen, aber Brian ist ein scheiß Anti-Mate. Er würde so oder so Scrap von mir bekommen. Ich schwöre, Brian, wenn du mich abziehst, ich hätte die ganze Hähnsel auf dich. Du wirst täglich von allen umgebracht. Damit kann ich ja umgehen. Ohne Robo-Play. Ich kann nicht, ich kann nicht wieder aufstehen. Und damit kannst du nichts machen. Ich kaufe den Server. Ich kaufe den Server. Ja, ich verspreche den Leuten einfach, denen dann deine Scrap zu geben. Wir wollen ja mal ins Scrap rankommen, wenn du nicht weißt, wo der ist. Ich verstecke den Offscreen. Na, wenn wir dich die ganze Zeit umbringen? Ja, aber wenn ich Offscreen bin und niemand mehr da ist, verstecke ich den. Und dann werde ich ihn selber nicht mehr finden. Das wird nicht wissen, wie viele Runden ich jetzt schon schwimme hier. Na, geh doch endlich mal unter. Alter, ich habe fast wieder 1000, alter Mann. Ich bin fast wieder reich, Shepard. Was ist denn hier los? Junge, schon wieder fast die nächste 1000. Ich helfe dir. Shepard line zu sehen. Ich hoffe. Oder wollt ihr ein kleines Ständchen? Ist das das Texas Holder? Ein bisschen Abwechslung hier. Ja, Texas Holden. Ja. Ich muss, glaube ich, gleich nochmal meine Scrap zählen gehen. Das ist ein bisschen viel. Ich glaube, das sind 4000 oder so. Glückwunsch. Neu. Also, ich habe halt echt viel gewonnen. Ich bin richtig stolz auf mich. Ja. Ja. 200. Guck mal, sehr alt. Ich habe jetzt gute Karten. Vielleicht nicht die Scrap gibt's. Ich, ich bring dich um. Ne. Ihr solltet phoneen. Ich habe gute Karten. Er labert wieder nur. Er labert so viel. Ich will euch nur beschützen. Wer kommt? Hier ist noch jemand. Nein, das ist ein Tier. Das ist ein Tiergeräusch. Das ist ein Eber da draußen. Das ist ein Ese. Ja. Mensch, hier. Nee, der steht hier am Tisch. Das ist Shep. Aber da hat gleich nichts mehr. Ey, es liegen noch nicht mal Karten auf dem Tisch. Oh. Stein ist so ein richtiger Machtgeilhaber. Der ist so, der fühlt sich richtig geil, wenn er Macht über jemanden hat. So einer ist das. So ein richtiger Sadomaso-Typ. Letztens hast du mich geärgert, jetzt ärgere ich dich so. Wie habe ich dich geärgert? Du hast letztes am Augenblick so heftig getrollt, jetzt troll ich dich zurück. Junge, das war nicht mit Absicht, Alter. Das war spät und ich war einfach maximal los und abgelehnt. Das bin ich. Ich war abgelegen. Also, ich glaube, mich holt gleich noch ein Helikopter ab. Mit dem ganzen 4000 Skarot. Helikopter, Helikopter. Das klingt bleib. Helikopter. Das klingt bleib. Helikopter. 70, nur noch. Ach, halb doch die Fresse, du, du edendiger Vogel. Ich entderb dich, Junge. Du kriegst gar nichts. Du hast ja auch nichts. Ich weiß. Scheiße, Mann. Ich wollte wieso eigentlich noch mal die ganze Nacht noch mal farben gehen, damit wir morgen noch genug Scrap haben. Echt? Macht ihr heute noch was? Ja, wir wollen ein bisschen Eulen und so, vielleicht sowas machen. Wir wollen noch Scrapfahren. Das Scrapfahren machst du hier doch gerade, dachte ich. Danke, danke. Ja, das ist ja easy hier. Ich habe es um seine Kohlen bringen. Ich mache jetzt extra direkt All-In. Ich habe keinen Bock, das herauszuzuhören. Ich möchte nämlich diesen Moment haben, wo Brian mir meine Scrap zurückgibt. Deswegen mache ich jetzt All-In, damit Brian mir die Scrap zurückgibt. Und wenn Brian das nicht tut, also wenn ich jetzt verliere die Runde und Brian gibt mir die Scrap nicht, dann wisst ihr, dass Brian ein ganz schön falscher Rückgang zu sein ist. Ich muss mal los. Ekelhafter Mensch ist. Los. Hat sich das jemand im Chat erzählt? Scheiße. Oh, Schepard, ich liebe es. 以 Ende des. Of. Deine. 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 Wer? Deine. Am. Ich liebe es. Wie viel hast du noch? Ich wünsche mir, dass alle deine Zuschauer deinen Stream verlassen, Junge. Weil du so ein reutiger Mensch bist. Es werden gerade immer mehr, Junge. Sie feiern mich, Junge. Also meine Fans. Komm zu mir rüber. Hier ist wenigstens jemand, der ein Rückgrat hat. Ich habe auch wie vieles Körper hat. Wie viel hat denn der Spitz? Wie hat denn der noch? Ich schwöre, ich lief gleich die Runde, um den Headshot zu geben, Junge. Ich bin宏 Gentleo. Okay. Ich bin einer Bezügt. Ja. Ich bin einer Ecke. Ich bin einer Nekim. Ja, ich kann da sowieso nichts mehr mitspielen mit 3 Scrap. Das ist doch 180. 3 Scrap. Brun, es juckt mich einfach 0. Komm, Stefan, komm. So, leg die Linsen los. Das was, Brian, das geht jetzt an deine Zuschauer. An alle Zuschauer von Brian, geht bitte bei Karesak, bei Sunshadow und bei Harzi und bei RicklaBier in den Chat. Das geht rellig. Geht bei den Leuten in den Chat und supportet diese Menschen und nicht diesen Hund hier. Wenn ihr gute Menschen seid und ihr das Gute glaubt, dann geht bei diesen Leuten hier in den Chat. Ich... Ich glaub, Fräulein Harzi freut sich richtig, hier zu sein, oder? Fuck, jetzt hab ich wegen dem G die Runde geskippt, Alter. Ich hatte gute Karten. Ich hätt'n Flasch gekriegt, Mann. Was hat er denn? Weil du mich hier so ablenkst. Ich hab'n Flasch, ich hab'n Flasch, ich hab'n Flasch, ich hab'n Flasch geklaut, hab' ich ihn. Oder er will ihn zurück. Ich geb' ja Shepard den Flasch zurück. Ich warte, bis er verloren hat. Aber er ist die ganze Zeit zu beleidigen. Also ich glaub', er muss noch was für mich singen oder sowas. Aber er den Flasch bekommt. Die ganze Zeit... Ach so, ihr wartet auf mich? Buch? Ich glaube, ja. Ich schepp'n. Du holst noch ganz viel Scrap raus. Ich geb' dir den Scrap ja so oder so wieder. Ich mein' schon nur, bis er, bis er nix mehr hat. Bis er fragen muss, ey, Brian, was Scrap. Warum fahr'n sich? Ich muss noch was essen. Oh, ich geh'n trinken oder was? Hä, echt nix zu trinken. Tut nicht so. Nein. Verdammt! Shepard. Du schaffst es noch. Spiel' dich hoch. Okay, gut gespielt. Neue Karten. Ach, hör doch die Fresse, Junge. Jetzt verbill' dich endlich von mir. Du stinkst nach Maggi. Ich hab' meinen Spaß. Kannst du auch übertragen. Schepard macht das, Schepard macht das. So, so, wie geht's denn den Herrschaften hier am Tisch so? Alles gut bei Ihnen? Blendend. Noch nie so viel Spaß gehabt. Ja, dann erzähl'n Sie doch mal, was haben Sie denn heute den Teig so getrieben? Gar nix. Gar nix. Gar nix. Haben wir eigentlich die Rollen vertauscht hier? Warum? Das macht keinen Sinn. Beeilen? Du hast hier die Hasenhaut und ich bin eigentlich hier der Hase. Ich seh' bloß nen Punkt bei den Karten. Habt ihr alle ein Ass? Können wir nicht mal die Karte erstmal hinlegen? Geht doch. Spielt Brian wieder mit? Ich warte, Schepard raus. Mein Gott, wer erhöht denn hier andauernd? Hat jemand aber richtig Bock. Ich habe hier. Die Flak geht wohl nicht mehr. Ich werde hier aber nicht mehr unten. Ich werde immer bescheppert. Nein! Straight hast du, Hasi. Oh, straight! Straight Outer Compton! Gibt es jetzt gerade noch einen Labdance oder wie sieht das hier aus? Ach, oh man. Brian freut sich einfach, dass ich keine Scrap habe und dass er mir meine 1300 Scrap beraubt hat. Wer hat denn sonst meine 900 noch als Scrap geklaut? Selbst Randy und Turner sagen du was? Junge, ich habe sie nicht genommen. Weiß ich doch nicht, wo deine scheiß Scrap hin sind, Junge. Einer, der bei uns ins Haus rein kann, hat die genommen. Ich habe die ganze Nacht Scrap gefarmt. Ich habe sie nicht genommen. Ich brauche sie nicht. Ich benutze nicht mal Scrap für irgendwas. Wozu soll ich die Script dann haben? Das ergibt keinen Sinn. Ich gehe jetzt all in. Mit 33 Scrap. Da, vor dich. No, 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 no. Ach, als Maul, Junge. Er hat gewonnen. Ja, wer wohl ich? Ich habe jetzt wieder 106 Scrap, Junge. Auf geht's. Mach jemand von der... Das zieht die anderen alle aus, dann habe ich meinen Scrap. Entweder spielt es nicht hoch oder spielt sie runter. Weil ganz ehrlich, anstatt mich hier ganz ehrlich zu nerven, könntest du einfach mit uns mitspielen und Spaß haben. Ich wache eh nicht. Ich gucke lieber zu. Und ich brauche was zu essen, sonst gebe ich ihm hinten im Stuhl um. Aber so ist der Brian, weißt du. Der klaut einfach Helikopter von Leuten, klaut Scrap von Leuten und so weiter. Also der ist hier richtig am Reintrollen. Der kann gar kein AP. Ich habe es schon gehört. Ich bin die Tidesgarten. Ja, ja. So ist der Brian halt. Nee, ist zu. Kommen wir hier noch irgendwie weg? Wollen wir noch mal zu essen. Wir müssen noch irgendwas zu essen reinkommen. Hier fehlen wir nur einen Stein. Wir brauchen einen Stein. Da wird es der einzige, der für mich ins Frage eigentlich kommt. Wir können noch mal sowas hier machen. Wir können noch mal sowas hier machen. Hallo. Oh nein. Wir brauchen Essen. Let's go. Ich gebe ihm ja seine Scrap zurück, aber geraden wird er sehr persönlich. Ich hätte ihn ja nie weggenommen. Ich hätte ihn ja gegeben. Ich hätte ihn ja gegeben. wissen. Da, 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 da. Was war das? Behalte Steve es gut, ich weiß ja nicht, ob ich es behalten soll, was war das gerade für eine Musik, sag, sag, er ist auch nicht getriggert, aber er ist ziemlich getriggert. Oh, hast du trinken hier irgendwo? Vielleicht können wir die hier dann noch aufstellen. Ich sag ja auch die ganze Zeit, dass ich sein Ding nicht behalten will, sondern dass er es jetzt zurückbekommt. Ich hab mich auch gerade erschrocken. Ich dachte gerade, hier sitzt Party festhaft, ich gerade. Nein, die hast du jetzt meinen Scrape geklaut eigentlich, weil Shepard ist ziemlich, ziemlich getriggert. Was ich sage muss, ein bisschen gerade lustig finde. Das sind jetzt 100 oder auch mehr als 100. Ich hab noch mehr. Ich hab noch mehr. Ich hab noch mal Holz holen. Ich hab noch mal brennen. So. So. Noch was? No, hier, hier, hier. Auch nicht. Guck noch mal oben in allen Kisten rein. So. Kann ich einen Titel reinlegen? Gute Nacht dir, mein großer. Aber auch nur, weil die Tür offen stand auch oben. Ich hab echt meinen Scrap genommen und euch das geteilt. So. Das ist äh. Guck mal gerade nicht hier. Guck mal gerade nicht hier. Ihr seid solche Prozent. jetzt zu dir lauf ich laufe zu dir und bring dich um während du schläfst bringe ich dich um während du schläfst bringe ich dich jetzt um und kümmer mich nicht um deine sache ich hab das ein achten zentabler und siehs Vielen Dank. 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 Das Bett. Vielen Dank. ich frage shepard wie viel ist so krass du hast sie alles kaputt gemacht quasi ich habe leider nur satchel sie durch und sonst ein scheiß Wetterbohrn oh shepard sagt auch nichts mehr ich habe doch nicht so viel munition denkst du nicht eine Satchel wird reichen? weil wir laufen mussten dafür wir probieren es mal aus kaputt und vier low grade hast du versteckt vier stück brechheit und jetzt noch woanders wird oder sind wir quitt aber shepard muss schon leiden der arme wegen euch der musste leiden alles auf shepard geschoben alt alter oh 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 die schwert effizient die die ach das ist der witz daran der ist echt gut der ist echt gut muss ich so sagen die wir haben jetzt noch einen ohrer hier dann hätten sie nein die bete das ist noch kaputt machen das kostet reparatur kostet doch nicht so eine aufbumpen oder weil ich den bloß wenn ich jetzt mache hier ist satchel machte das nur weil scheppert o c mega gefrustet ist das ist cool ist mein bild scheppert das o c mega daran liegt so brauche ich nicht du bist mega gefrustet du warst ziemlich ziemlich dinsen ich habe neid jetzt bestraft war nicht viel ist ja o c ist alles gut wie du sagst ich habe wieder einmal getötet und er darf nach hause laufen das finde ich cool ich habe so viel scrap naiti du kannst nachher noch so viel scrap haben dass wir fett pokern können ich habe noch scrap auch noch für dich naiti wir haben beide einfach denn 2100 scrap ja ich dachte ich dachte opa hat uns hat uns entführt hier hat alles geklaut hast du in game alles so perfekt gemacht hallo ach der herr brian ist wieder da habe essen und trinken mitgebracht das ist ja super lieb ich die stelle hier draußen noch eine tonne auf verdrinkt ist west virginia ich nicht platzieren also riesen motto reingeflogen wird jetzt wasser gesammelt guckt euch das anscheinend richtig geil es ist riesen ekelhaft ist ein riesen käfer direkt auf meine hand geflogen das ist ein riesen fetter käfer da ist weg Da war gerade ein riesen Käfer. Ekelhaft. Und schon wieder Scrap. Ne, ich habe von Hasi was bekommen. 1000 Scrap. Ich glaube, ich gehe jetzt auch mal mit 1000 Scrap rein. Soll ich mir mit dir noch RP machen, oder? Ne, ne. Ist ja schon spät. Essen liegt in einem Sarg da drin. Ich muss da dringend auch noch einen. Weißt du, was ich jetzt mache? Nein! Hasi hat ihre Scrap zurückgekriegt. Three of the kind. Ich hatte 2pac, glaube ich. Braucht du Scrap Shepard? Nicht von dir, aber von Hasi nehme ich immer gerne. Dann behalte ich das ganze Scrap. Dankeschön. Aber dann habe ich so viele Schulden. Dann bin ich ja wie Brian. Ihr sollt Schulden. Unser Briefkasten hat nur Briefe, wo drin steht, Shepard schuldet uns Geld. Hast du jetzt eigentlich auch mal mitgekommen, Brian, oder laberst du nur dumm rum? Ne, ne. Ey, Shepard, hast du unseren Briefkasten? Guck, da steht nur drin, du schuldet uns. Du kannst doch mit Dienstleistungen zurückzahlen. Du schuldest den Leuten 500 Scrap, 100 Scrap, 200 Werbzucker. Leute, jetzt mal ohne Witz. Wir haben wirklich im Briefkasten ganz viele Warnungen und Rechnungen drin. Ich weiß nicht warum. Das sind nicht die Rechnungen von mir. Das ist eine Arztrechnung von Jenyan. Die meinte, ich bezahle ihre Rechnungen. Und von Brian und so. Das sind alles andere Leute, die ständig irgendwie behaupten, ich würde Scrap oder sowas. Keine Ahnung. Das steht jedes Mal an Herrn Shepard, Junge. Du hast eine Mahnung. Ja, weil ihr immer sagt, alles auf mich, auf meinen Deckel. Ich war noch nie bei einem Arzt oder sonstiges. Weißt du, ich laufe auch manchmal zu Typen mit Leuten und so. Die sagen auch jetzt mal, Herr Shepard hat ja schuldet mir noch 200 Scrap. Aber ich habe denen was gegeben. Mit einem Zweierpfer. Ey, Hasi, du bist ja mal richtig cool. Also wir haben jetzt ungefähr 4000 Scrap, Shepard. Hat da jemand was gehört? Ich habe nichts gehört. Also für mich war das nur ein Windpfiff. Ja, wie deinem feuchten Pötser. Hat sich so angehört, als hätte da jemand geredet? Ich, ja, ich gehe mal noch ein Eis holen. Hat der gerade gesagt, er holt sich noch ein Eis? Ei, ei, ei. Ei, das war nicht. Ich war nicht nur ein sfthest. Ich gehe mal noch ein Eis. Ich gehe mal noch ein Eis. Juhu Na, Karisak, auch mal wieder was gewonnen? Ja Wann macht Brian eigentlich mal wieder mit, der Loser? Oder nur am Gucken wie mir? Traust du dich noch mal gegen mich oder nicht? Tausend Scrap Einsatz, du Pussy Ja, was ist das denn? Das ist ja jetzt schon eine Straße, Alter Also wenn jetzt noch eine 6 kommt, dann fad ich vom Glauben ab Ja, da geh ich doch mit Karisak ist mutig Von Turtle Strategie wieder zur Erfolgsstrategie hier Wenn Scrap verlieren für dich eine Erfolgsstrategie ist okay Halte deinen Maul Halt doch selber dein Maul Äh, okay Krussi Nein Wieso hab ich jetzt noch gecallt? Ich hab eh schon verloren Oder auch nicht, habt ihr jetzt gefolded? Oh, jetzt ist es nur noch Krissak und ich Warte mal, hast du all in gemacht oder so? Ich hab nix Junge Jetzt kommt er gleich wieder mit Oh, ich hab' ich verklickt Oh, so viele Knöpfe Danke Niemals, Alter, niemals Was hattest du? Hat da jemand vielleicht geblufft? Was hattest du? Karisak hat geblufft nicht, das ist ne Pussy Ah, ich hab's jetzt vergessen Was hatte ich denn nochmal? Oh, schade Warum höre ich dich an, immer so verstockt so? Ich höre dich fast gar nicht Das ruggelt so krass Ist es bei den anderen auch so? Shepard ruggelt Hab ich nicht verstanden Habe ich nicht verstanden Habe ich nicht verstanden Und da ging's wieder Jetzt ist es aber relativ Bei mir ruggelt nur ein bisschen Shepard Ich find's traurig Ich find's traurig, dass Brian nicht mitmacht Er sitzt hier am Pokertisch und spielt nicht mal mit Wieso? Nee, jetzt ruggelt Shepard gar nicht mehr Du hast keinen Spaß haben, Brian Ich hab Spaß Ich hab grad unsere Zurückmöglichkeit Gold, Essen, Trinken Wann in den Wäldern geb ich dir sogar Scrap, damit du mitmachen kannst Aber mach doch mit, Alter Ich hab genug, ich hab 4000 noch für Scrap 4200 Ja, es geht ja hier nicht um Scrap Es geht ja um den Spaß, Junge Auf einmal geht's um Spaß Hä, bei mir geht's die ganze Zeit um Spaß Nee, ich musste mich grad um den riesen Insekten machen Das wird mir was bedeuten, ob ich hier einen Scrap hab oder nicht Ich brauch die Scrap nur zum Zocken Ich musste mir grad einen riesen Insekten wegmachen Ein Hallo, es traut euch, Alin Ihr Versager Weißt du, was ich jetzt mache? Alin 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 Okay, Shepard Alin Alin Oh, Brian ist endlich mal wieder dabei Die Pussy Was, Halsi? Machen wir hier eigentlich noch RP oder Nein, überhaupt nicht Alin 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 Was für Alin, Juggi Ich mach auch Alin Um dich richtig auszunehmen Ich schwör, wenn du jetzt gewinnst Tut's mir leid, Halsi Dass ich all deine Scrap verschossen hab Was los? Was ist denn los, Alin? Ist das echt Alin? Ja 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 Dann gehen wir doch alle Alin, oder nicht? Es tut mir leid, wenn ich all deine Scrap verschossen hab Geh alle Alin Alin Komm, traut euch Die Halsi traut sich nicht Oh mein Gott Oh mein Gott Oh nein Er hat den Er hat den Okay, Halsi Er hat den Drilling Ich muss dir die Scrap geben Dann sind wir aber wieder Dann sind wir aber quitt, oder? Ja, klar Was soll ich die mir jetzt geben? Ich bin doch mittendrin, stand nur dabei Ich hab das weg Ich gebe bitte bei Gelegenheit nochmal ein paar Scrap Hier Ich danke Er hat auch den Drilling gehittet hat Er hat gesagt, er hat all hingegangen Nein Hast du mich gerade erschrocken Ja, klar Haben sie eine Straße? Bitte Was? Und hau... Okay, wow, Doppel-Aß, reicht nicht mehr. Komm, hol das Lasso raus, wir spielen Cowboy und Indiana. Wir retten um die Wette. Wir retten um die Wette. Ach stimmt, das ist ja deine RP-Stimme. Nein, 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 nein! Oh, Marge Simpson. Du hast ja letztens Marge Simpson gesagt. Ich dachte auch so, what the fuck? Ja. Marge Simpson. Ich fand so ein bisschen Ähnlichkeit mit Marge Simpson hat die Stimme schon. Ja, ich wollte es so anfangen, aber eigentlich, das Problem, mein Hals kratzt extrem schon. Oh, Homie. Machst du dem gar nicht mehr, mehr P, oder was? Nee, krieg ich nicht mehr hin. Das tut voll weh, weißt du? Nein, nicht schlecht. Das hört sich schon nach Marge an. Also Shepard muss ganz viel Cola trinken für seine Stimme. Also wenn die Synchronstimme von Marge nicht mehr kann, dann bist du dann... Übrigens die Synchronstimme von Marge Simpson ist keine geringere als... Jetzt sind mir dein Name entfallen. Lass mich kurz überlegen. Das ist ähm... Hast du es gesagt? Ange Elke. Genau. Ah, genau. Anke Engeke. Genau. An... Ja, genau. Die Anke Enke. So. Wusst ich auch nicht bis dato. Ja, ja. Spielen bitte. Bis vor einem Monat. Hey, warum sind meine Karten schon wieder weg? Du hast dich zu lange gebraucht, dass... Oh... Ich vergesse jedes Mal. Dankeschön. Hat bestimmt ein König gehabt. Dafür doppelter Einsatz jetzt. Oder doch lieber nicht. Lieber nicht. Oh... also ich habe gerade noch welche gesehen die sind auf eul gegangen hol das los später gibt es eine strategie machen wir ein machen wir alle ein fertig oder machen wir uns gegenseitig fertig trash talken auf jeden fall steht oben auf dem programm und spaß was gibt es eigentlich für drinks gibt es ja auch was alkoholisches oder ich habe noch ich habe noch voller wortke aber shepard wollte noch singen oder ja klar zum abschluss ok ich habe verkackt ich hätte noch auf die neuen gehofft hätte ich wenigstens straße gehabt eine ja ja Wer macht hier mal so große Calls hier, was ist da los? Ja, bei mir 10 Zahler, ey, das wird zu wenig, muss mal hier mal ein bisschen was abgehen. Ich brauche Nervenkitzel. Okay, okay, alles klar. Ich brauche das Abenteuer. Oh, alles klar, Leute, jetzt geht es richtig los hier, all in, ey. Oh, all in, sind es 10. Ja, komm, einer geht noch. Jawohl, Hasi, hau raus. Und Brian ist sowieso raus, der Noob, er traut sie nicht. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache, warum call ich überhaupt? Ich habe nichts auf der Hand und da liegt auch nur Scheiße. Also, GG. Na, der mit dem höchsten Pärchen hat es gut gewinnen. Oder habe ich doch was? Äh, 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 äh. Ich glaube schon. Ach, verdammt, Max. Flasch, easy, danke schön. Juhu, die gleichen Karten von letzter Runde, ey. Ah, zufällig, ich glaube nicht. Ach so, sorry. Ich bin noch, äh, fand, ich bin noch geflasht vom nicht vorhandenen Flash. Flush, Flush. Ich bin eigentlich mein Bruder, das ist, äh, Turner. Ein Kollege von mir. Ich hatte schon Sorge, dass ich nach, nach den Runden, ja, einen Sugar Daddy suchen muss, aber... Ich will mich in euer R.P. nicht einmischen, ich bin da voll raus, ich hab null Bock auf... Ich will einen King Cringe R.P. oder sonst hier gesehen. Ich auch. Ja, er schwimmt auch. Was? Ehm, woher müsste er denn sein? Warte, 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 warte. Und dann kommst du extra zu mir, gedacht, du interessierst dich für mich. Jemand, ein anderes Thema. Kann mir jemand mal Helikopterfliegen beibringen? Ich würde so sagen, ich dachte, du interessierst dich für mich. Ich kann dir zeigen, wie man runterfliegt. Also runterkommen sie immer. Müsste sein, warte, dass wir direkt liegen. Okay. Nein! Warum? Warum hast du das gekackt? Was hast du gemacht? Oh, Patti. Du hast in die Dusche geschissen. Ich hab den Brief bei Suki gesehen. Entschuldigung, ich hab in deine Dusche gekackt. Patti. Patti, das tut mir unheimlich leid, wirklich. Ich hab extra meine Fresse gehalten. Wie kommt man auf sowas? Das war quasi jetzt mein Poker-Gesicht. Ich hab meine Fresse gehalten, damit es nicht auffällt. Das war schon so unheimlich ruhig. Ich fühl mich unheimlich schlecht. Obwohl ich mich gut fühlen sollte. Also Shepard sagt immer, wir haben ein Gesicht fürs Radio. Ich hab ein schlechtes Gewissen, wenn ich böse Dinge tue. Wir haben ein Radio-Gesicht. Oh ja, oh, jetzt gehst du aber ordentlich rein hier. Oh, okay, ich bin dabei. Let's go. Gib mir auch deine Rest-Legendes-Gerb. Ah, jetzt mach ich auch mal mit. Let's go. Let's go, let's go. Das ist doch nicht Karasak, der da reingeht. Oh, doch. Da kommt ein Molz. Bad Boy. Eine 7 hätte mir jetzt noch gefehlt. Bad Boy, Karasak. Bad Boy, Bad Boy. Ich bette jetzt. Ähm, ein König. Genau, und dann schön checken. Richtig. Ähm, mir hätten auch eine 9 gefehlt. Das ist schon wieder so furchtbar still. Ich weiß ganz genau, was bei euch ist. Hm. Danke. Oh, das war aber ganz schön viel. Das war's. Danke. Ähm. Also, ich hatte nur eine High-Hand übrigens, zur Information. Ist für dich heute Schluss? Für mich ist jetzt Schluss. Danke fürs Spielen heute. Hat Spaß gemacht. Hä? Schlaf gut, ne? Na klar. Na klar. Ich würde ja Schettel fragen, aber ich glaube, wir haben ja noch das letzte Geld verzockt gerade. Brauchst du noch Geld? Ich habe gar nichts mehr anbieten. Ja, komm mit. Ja, komm mit. Du hast denn dein Geld verstanden? Ja, bitte. Schönen Dank. Ich habe im letzten Busch die Kohle gebunkert. Ja, natürlich. Er ist auch verschlossen. Es ist vorbei. Er leckt mich am Arsch. Easy. Ganz easy ausgezogen. Ja. Brian, die Pussy ist schon wieder draußen. Was ein langweiler. Ich musste gerade jemandem Geld geben. Ich habe gerade gar nicht gecheckt, dass ich einen Flash hatte. Ja, du bist es gar nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Weißt du was, Brian? Weißt du was, Brian? Wieso gehst du nicht einfach und verpiss dich? KP, bei mir stehen 18 Stunden drauf. Ich bin bei zwei Stunden. Ich habe mir extra Wecker gestellt, dass ich mit euch pokern kann. Was? Wie kann man nur so krank sein? Bei wieso Stunden seid ihr jetzt? Ich bin um 18 Uhr schlafen gegangen. Dann kamst du hierher und warst richtig enttäuscht, als du Gesichter gesehen hast, die hier spielen, ne? Also ich bin jetzt bei... Ich habe mich schon gefragt, wo die alle hin sind, aber ist doch schön, dass wir so eine kleine süße Gruppe sind. Also ich bin jetzt bei 17 Stunden 15. Krass. Aber ihr habt ja die letzten Tage schon irgendwas mit den 30 Stunden gemacht, wie Shepard vor uns gesagt hat, oder? Ich habe die ersten beiden Tage habe ich 18 gemacht. Und Shepard hat es einfach richtig durchgemacht, weil er so ein Typ ist. 30 Stunden, Mann. Als nächstes in Conan habe ich... In Conan... Als Conan war, habe ich 36 Stunden gemacht. Ich habe nur Steine gefarmt. Was ist denn das hier? Wow. Ach, die Fremdlucher, auch selber nicht geträumt. Oh, 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 oh. Oh, wie mutig. Wow. Wow. Let's go. Mal ein bisschen was raus hier. Lass mal was springen. Ja, willst du? Ja, mach mal. Lass mal was springen. und damit meine ich nicht brian seine brücken weil brian immer so viel scheiße labert und seine zähne nämlich verfault all in er blüfft na da folge ich blüfft ist das dein ernst? Hase geh rein ich habe alleine schon durch meine hand habe ich schon gewonnen alter ich habe endlich mal gute oh mein gott rickler du hast endlich mal kohle herzlichen glückwunsch rickler naaah ist die glückstrinne jetzt vorbei oder was? Ja, leg doch noch eine 5 hin, genau. Was ist das für ein Scheiß? Jemand kriegt ein... Wir können nicht rangehen. Hey, Emi, nee. Wir würden angerufen. Oh nein. Ich kann hier auch nicht ran. Wessen Telefon ist das? Ich höre mal alle in Flashes haben hier, oder? Das hört sich an wie meins, aber ich kann nicht. Ich habe gerade die Karten in der Hand. Richtig. Bei einem um die Uhrzeit, der will jetzt noch was. Oh, ich glaube, das ist das Ding. Oh, die Mutter, wirst du los? Oh, die Mutter. Die Mutter ruft an, da musst du rangehen. Komm schon, Junge. Geh ran, die Mutti ruft an. Wenn Brian all in geht, Junge, dann hat er mich sowieso gestreamsnapped und will mich nur wieder ausziehen. Safe. Brian weiß, was für Karten ich habe. Du bist so eine Pussy. Und dass seine besser sind. Du bist so eine kleine Pussy. Du bist so ein Streamsnapper, aber ich gehe extra all in. Und das Pfeichnis gibt es hier nicht, wer angerufen hat, oder? Leider nicht. Es gab es mal, soweit ich weiß. Oh, was? Der hat einen Flush bekommen. Was ist denn da los? Ah, sie hat uns ausgezogen. Ja, aber Hasi, ich gönne es dir, weil Brian jetzt endlich auch keine Scrap mehr hat, der Wichser. Easy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich spiele weiter. Okay, Hasi, jetzt ist der Spaß vorbei. Gebt mir die Scrap zurück. Gebt mir nicht auf den Sack. Please don't spam. Hasi, ich brauche wieder einen Kredit. Alles gut. Kann ich machen. Ein richtiger Zocker hier heute. Am Ende geht der Hasi mit dem ganzen Scrap nach Hause und keiner hat mehr was. Easy. Brian, du holst ein neues Scrap, oder was ist da los? Hat er sich verzockt, am Brian? Meine Nachbarn hier rechts. Hat er sich verzockt. Die sind echt ruhig. Ach so, und Brian wird nichts geliehen, ne? Das ist ja klar. Hahaha. Ist er auf einmal wirklich ruhig? Oh mein Gott. Wer geht denn bitte all in? Hallo, Anad. Ich hab immer noch Scrap. Brian, noch alles gut bei dir? Verdrückt. Ist Brian noch in der Runde drinne, oder was ist los? Brian? Ja, was denn? Brauchst du was? Ne, ich hab das selber noch. Ich weiß, ich wollte rausgehen. Alles gut, ich hab noch. Können wir kurz ein Quickie machen? Dann könnte ich kurz dem Shabbat Geld geben. Ein Quickie? Also jetzt ist es auf der Tankstehentulette. Danke. Die Bank dankt. Brian hat ganz schön lange am überlegen. Ich bin nicht dran. Brian. Jetzt bin ich dran. Ich bin ein Clubier. Ach so. Ja, richtig. Ich war nie dran. Brian. Brian, entschuldigung. Brian, kannst du mir bitte was leihen, bitte? Ah. Easy. Hast echt eine Flasche. Wie viele Flasches sind denn? Ja. Heute am Start. Ist das na los? Ja. Auch nur noch eine 5. Wie kann ich eigentlich meinen Einsatz erhöhen? weil du hattest auf einmal so... Also keine 10 gemacht, sondern mehr. Du machst Falterst nach oben. Ah. Falterst nach oben. Und dann raise. Wie ist... Ach so. Wenn du dran bist. Let's go. Was ist denn da los? Ah. Und dann los, Hasi und ich wollen hier zocken, ihr Loser. Mach mal hin, ihr hier. Abends wird hier mal ein bisschen erhöhen vorhanden Sch. Scheiße. sage mal, was ist denn drin? Was weiß ich für eine Rentner-Truppe, ey? Geht Bingo spielen. Da ist bald soweit, Mann. Was ist bald soweit, Mann? ich will nicht wie sie hat sie ich hatte zwar wo werden wir wo pokern wir haben uns den ganzen abend wie viele stunden pokern wir gerade kann es ja du nicht bei der platz ist besetzt er hatte nicht nichts hatte er nicht tja so ist das leben das ist ja das ist das beschreibt mein leben ich hatte nichts und ich versuche was daraus zu machen eigentlich wurde ich jetzt ein bisschen mitleid von euch aber war gut ich habe mich zugehört ich habe keine zeit los helikopter helikopter alles hat er nicht alles hat er nicht ich habe es ich kann nicht auf die toilette gehen die stauze brennt ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe mal All in, all in. Hasi, du musst spielen, sonst verlierst du gleich die Runde. Ja, ja, ja. Ich zieh euch noch alle ab. Ich zieh euch noch alle ab. Ist das dein Kumpel, der jetzt kommt? Ich geb jetzt Bier. Ich geb jetzt Bier an meine Karten. Äh, Automatics. So, Mädels, wir zocken mal hier richtig. Wir zocken mal richtig hier. Auf geht's. Ja gut, aber da braucht ein Platz, ne? Junge. Äh, wir sind hier am Poker, ne? Was ist mit euch? Ihre 10 Skripte, Alter. Geht Bingo spielen. Das ist jetzt so genug, wo wir dann gleich alles verlieren. Sag doch, wenn es so weiter geht, ich kanz die Maus. Der Stift malt schon. Ja, dann musst du zu Ende schreiben. Zoll. Easy. Danke dir. Danke dir für die Skript. Kappa. Ich muss noch ein Drilling. So. Da sind die immer noch hier dran. Da sind die immer noch hier dran. Ich glaube, ich bin wirklich klar. Schön, dass sie hier sind. Das warst du mich. Oh, Junge. Easy. Hast du Geld mitgebracht? Wir machen direkt weiter, meine Damen und Herren. Einsatz von 200. Let's go. 255. Da bist du auf jeden Fall gerade frei geworden. Alter, ihr spinnt doch. Was soll das? Ich hab doch kein Geld, Mann. Shepard, leih ihn doch Geld. Das ist mir 250 zu viel. Das ist zu viel. Ja, ich leih ihm gleich was. Ja, ich mach Kredit bei Shepard. Alles klar. Mir hat er auch schon Kredit. Ich bin nicht so wie Brian. Brian klaut noch übrigens. Passt auf, bevor Brian euch euer Scrap klaut. Der klaut doch Helikopter. Ich muss mal kurz abschließen. Danke, Leute. Danke. Ihr seid echt zu gut zu mir. Wer braucht Scrap? Das ist übrigens mit meiner Hand gewesen, Arskönig. Und es geht direkt weiter mit dem Glück. Nächste Runde. Nächstes Glück. Let's go. In dem Moment wünschte ich, ich hätte so ein Kirmesding auf dem Soundboard. Wisst ihr eigentlich, wie man das bekommt? So ein Kirmes-Effekt. Gibt es das bei Voicemail? Okay, let's go. Wer bietet mehr? Jetzt kommt mal, brauchst du eine Kirmes. Okay, let's go. Okay, let's go. Wie die da zusammen Vater und Sohn zusammen spielen. Was ist denn hier los? Was ist mit Hasi los? Hasi, voll das, ey, du. Hasi, Hasi, du bist ja echt traurig. Mit einer Zweier und einer Sechser. Komm, Shadow, trau dich, Mann. Oder polist du auch, du loser. Oh, was? All in, Shadow? All in, Junge? Shadow, ich weiß, dass ich schlechte Karten habe. Was hast du auf der Hand? Shadow, ich gebe dir die 400, die ich gerade gewonnen habe, einfach weil ich ein Gönner bin, okay? Ich weiß, dass ich schlechte Karten habe, aber ich gebe sie dir trotzdem. Bitte schön, für dich. Er hat gewonnen. Oh, scheiße. Ups. Scheiße. Ich hätte sogar gewonnen, wenn ich mitgegangen wäre. Ich hätte ein 2-Pair gehabt. Shadow, das ist ja echt ärgerlich. Naja, passiert. Bad Boys, Bad Boys. Warte mal, braucht ihr Scrap? Wir müssen gleich die Runde beenden, ich muss den Jungs Scrap leihen. Brauchst du raus, oder was? Also, Brian, ich habe jetzt hier schon 3K Scrap und du? Gehst du auch noch mal mit, zockst du noch mal mit? Hast du mein Scrap von Druck gegeben? Nein. Ja, wirklich. Hä? Ari, ich schulde dir noch Scrap. Ja, 1000. Okay. Ey, was ist denn da los? Jetzt übertreibst du aber. Oh, Mann ey, was ist das denn jetzt bitte wieder hier? Es wird jetzt eine Straße für mich. Ich merke schon. Alter Schwede. Das könnte jetzt risky werden, ne? Hasi, ich gönne dir ordentlich. Bitteschön. Hä? Was? Für dich, all in. 2900 Scrap für dich, Hasi. Ja! Das ist krass. Holy shit. Dann hast du also deine Scrap gerade auf diesem Wege zurückbekommen, ja? Ah, ja, bestimmt. So, jetzt kann ich wieder hier richtig mitmachen. Das sind doch tolle Karten. Wir wollen doch hier ein bisschen Content, Leute. Jetzt reinkt euch mal rein hier. Dann leisten wir Geld. Auf geht's. Ja, ich muss auch geliehen haben. Dann geht's los hier. Mann, was sind das hier denn für Rays? Alter Schwede, 150. Wer hat der hat? Und tschüss. Ja, Hasi, wir spielen nur noch alleine hier irgendwie. Oh, Mann ey. Keine Ahnung, voll keinen Bock mehr. Ich hab kein Geld mehr. Nee, doch kein Hasi. Du hast gute Karten und was lauerst du. Mach dir denn auch wo Mane her und hat was Schenken ab. Äh? Okay. Ja, was hattest du? Äh, irgendwas mit... Dame. Okay, komm, da geh ich mal mit. Let's go. Damit kann ich mitgehen. Sicheres Ding. Bist du dir sicher? Sicheres Ding. Du hast bestimmt nen Buben, oder? Nee, du hast nen Buben. Ja. Ich will nen Buben bringen. Ein Triple. Dreier. Also, ein... Niemals. Oh. Du... Du... Du Babbitch. Ja, dann machen wir mal weiter jetzt. Soll ich mich jetzt noch einen Kredit anbieten hier, oder? Ja, gerne, gerne, gerne. Ja. Der Hasibank, ja. Ich suche einen Zucker-Daddy oder Mami. Beides okay. Ich muss mir das aufschalten, ey. Ich hab jetzt so vielen Leuten das Geld gegeben. Ja, achso, ja. Ich würde auch noch einen Kredit anbieten. Dann könnt ihr jetzt mit mal rein. Das ist bei der Kohle. Was? Ich weiß nicht, was du meinst, Haubi. Boah, diesmal nur mit Prozent. Bei mir oder bei den anderen? Bei den anderen. Du bist Stammkunde, Shepard. Bei dir geht's noch. Ja, sehr gut. Okay, hier machen wir echt nach der Runde. Also, ich wünsche mir zwei Karos. Das wird ja langweilig hier. Da muss ich wieder raisen. Ach, komm. Hier. Wie kann man denn mal schneller raisen hier? Ist ja, ist ja schlimm. Ich will Hasi ja nicht komplett nackig machen. Uns kann sie gleich keinen Kredit mehr geben. Ich bin schon nackig. Okay. Oh, Hasi. Ich brauche noch einen Kredit von dir. Ja. Stark. Wahnsinn. Boah, nicht schlecht. Sehr gut. Brauchst einen Kredit, Hasi? Nein, nicht immer Geld. Warte mal. Das Runde kurz beenden. Wir müssen den Leuten mal die Dinger geben. Hasi, ich gebe dir die 1.000 zurück. Ich kann nicht aufstehen. Moment. Die sind da drinnen. Und es ist weg. Oh, fast die Scrap vergessen. Hat jemand gerade... Ich weiß nicht, ob ich gerade meine aufgehoben habe. Meine Scrap. Oder vermisst jemand 300? Ja, meine sind weg. Okay, du bist es schon mal nicht. Verdammt. Ei, 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 ei. Da sind noch nicht die Scrap. Es ist halt immer so schwierig, einen Rust mit diesem Regler da was einzugeben. Oh ja, mega nervig. Oder kann man da Zahlen eintippen? Warte mal. Nee, geht nicht. So, wir brauchen jetzt noch einen Kredit hier. Ich? Ich? Ja, der Bube. Okay, dann gebe ich dir auch 500 Scrap. Okay. Wie viele Kredite willst du aufnehmen? Pixellusion. Wie viele Kredite verträgst du? Einfach bis zum nächsten Ende bleiben. Also ich habe mächtige Freunde. Ich habe mächtige Freunde. Also du musst zurückzahlen. Ja, ich werde auf mein Lebensende deine Füße putzen. Warte mal, gehen wir ihm jetzt beide 500? Okay, Pixel, ich will auch 600 Scrap. Ah, das ist okay, Mensch. Die sind jetzt gleich eh komplett weg. Hahaha. Was? Echt? Aha. Loll. Einfach, hasse ich einfach smart Easy Jo, hau rein Deine Hose ist nass Ja, bitte Pixel Danke dir, gute Nacht, schlaf gut Bis dann Brian, bis dann Also Brian müsste man noch nackig machen Hasi, mach dir ein Kreditbusiness auf Easy, Manni Also Hasi, wenn das so weitergeht Dann musst du dir auch ein paar Leute besorgen Die das Geld für dich eintreiben Wie viel Zeit für ein Kassounternehmen Ja, Shepard Lass du auch deine ganzen Schulden zahlen Hast du mal einen Kredit bei Hasi genommen oder was? Ne, nur einer Das Shepard auch eine ganze Mahnung zahlen kann Dann wäre das gut Nein, ich hab ja gar kein Geld Ich hab ja gar kein Geld mehr Ja, leider Das ist auch ein Kredit an Hasi Hasi, Kredit Darf ich auch einen Kredit bei dir verantworten? Also ich geb dir 500, aber ich will 700 zurück Das ist schon mal das als Dankeschön Als Zinsen Ah ja Vielen Dank Hasi, wie viel hast du denn dabei? Wie viel hast du denn mitgenommen? Du hast doch gerade verloren Du hast die Taschen voll Ja, ich hab die Taschen voll Ja, ich hab sie da schon voll Crazy So Brian, auf geht's, denkst du rüber, Brian? Ich rieche schon das Slash. Ich bin immer morgens da und bin nur am Farmen. Dass du alles an dem Trip zusammenkommst. Ja, ja, hau mal drauf. 240 Squats geht da rein, der Boy. Wo ist mein Kredit wieder? Oh, what the fuck? Ich hab das Geld wieder drin. Berlin wieder abgezahlt. Du musst mir 600 zahlen, ne? Mein Geld grad verdoppelt, in einer Runde. Nice. Hallo, wer ist denn hier eingeschlafen? Hallo, wer ist denn hier eingeschlafen? Hallo, Schlafenszeit ist gleich. Mach mal hin, ey. Nee, ja. Ich brauch noch mal ein paar Scrape. Ich bin hungrig. Alter, ernsthaft? Ist nicht mein Geld. Oh mein Gott, ich hatte 3 oder 4. Geld, sagt er. Tja. Alter. Okay, schön, dass ich eine Runde mitspielen konnte. Juhu. Juhu. Bitte. Junge, du willst mich doch farschen, Alter. Shepard. Wer haut denn da so rein, Alter? Ich hätte es nicht voll gewonnen. Ich hätte es nicht voll gewonnen. Ich hätte es nicht voll gewonnen. Boah, juhu. Shadow, juhu. Okay. Das passt jetzt noch. Läuft ganz gut auf. Hast du einen Kredit? Schau mal deine Schulden an, Hasi, zurück. Aber ganz schnell. Hast du einen Kredit? Damit ich mir gar nicht Geld leihen kann. Hast du einen Kredit? Wenn ich es noch hab am Ende. Ich kann ja nicht überall Kredite nehmen. Sonst bin ich morgen den ganzen Tag nur am Farmen. Oh Gott, heute. Heute ist dein Tag, Junge. Der Tag der Tage. Heute kriegst du es hin. Wenn du dir so irgendwas reinhaut. Na, Friggi. Heute kannst du besorgen. Das verschiebe ich nicht auf morgen. Also ran an den Speck. Ach, Rick ist schon wieder raus. Also krieg mal ran den Becher. Sonst mach mal bei dir einen Abstecher. Glaub doch, hier zieht Brian aus. Das ist alles. Ich will nicht rausgehen. Und das sieht man nach einer Straße aus. Geht gar nicht. Quatsch. Geht gar nicht. Weiß ja nicht, Shadow, wie sieht es denn bei dir aus? Ja. Das sieht mir nach einer High Hand aus. Ach, okay. Nein, komm, komm, ich geb dir irgendwas. Krass, Alter. Die Schulden gehen hier in den Zickzack wahrscheinlich. Ja. Wer von euch hat jetzt die Straße? Ich calle Hasi. Es wäre schön, wenn es mal vorangehen würde, hier. No. Ich hab gar nichts. Straight, oder? Gar nicht. Straight? Doch. Achso, also. Ich bete sie einfach raus. Oh, Shadow, Junge. Du bist... Hat er mit Haier krank? Nee, ist rausgegangen. Ich dachte, er würde mit Haier krank. Hallo, wer pennt denn hier die ganze Zeit? Sorry, sorry. Alles gut. Morgen, Brice. Morgen. Nein. Ah, Junge. Boah, Shadow ist jetzt gegangen. Nee, ich hab nur Geld weiter für dich. Wäre nichts geworden. Nein. Brian ist schon wieder gefoldet, ey. Warum sitzt du hier überhaupt noch am Tisch? Hä, Shepard? Du Arsch, da Null? Ja, ich, äh, ich hab All-In gemacht. Direkt am Anfang der Runde. 200? Ja. Nur für dich. Ja. Oh, easy. Oh, Gott! Oh, Gott! Die Scrap, ja, komm. Sehr gut, Hasi. Hasi, lass mal Team. Lass mal Brian die Scrap aus der Cha-Cha ziehen. Tut mir leid, für Team bin ich leider raus. Schade. Ich hab in der Vergangenheit gelernt. Wann will er dich abgezogen? Dalu? Oder wer? Nein, nein, nein. Ich, ich schweige und genieße. Obwohl, genossen ist ja nicht. Ja, ne, egal. Jetzt auf, rein hier, schallert. Ich will die Kohle fließen sehen. Uuuuuhhhh. Let's go! Oh, Mann. Alter! Warum hast du nur noch 400 Scrap? Keine Ahnung, wenn ich alles mit dir reingebutt hatte. Achso, okay. Du kannst es in der Vergangenheit verlassen? Was? Auf jetzt. Gar nicht lang rumfackeln. Äh. Oh, Alter! Gib mir den Pot. Oh, ist sein du ab. Komm, lass das gehen gehen. Was? Was? Lass sich gehen. Mrire. Ja! Ja! Ich glaube, das war's schon. Woller Comeze. Woller Comeze. Woller Comeze platzt dann einfach nicht. Ja! leichte Beute, voller Krise. Was? Einfach der Megaplan. Hauptsache, wir ziehen Brian die Scraps aus der Tasche. Das ist das einzige, was zählt. Das ist das einzige, was zählt, dass Brian seine Scraps verliert. Ich gönn's Hasi. Danke. Ich will meine Kohle langsam zurück hier. Guck, Brian foldet schon wieder die Pussy. Der Brian, Junge, er sagt halt auf jeden Fall nichts mehr. Bist du gemutet, oder was? Das Gesicht hat sich grad bewegt. Das ist das nicht. Das ist das nicht. Ich glaube, wir sehen uns erstmal kurz. Ich verstehe die Erre nicht. Ich verstehe die Erre nicht. Ich habe keine Google, 강ite Böner. Was man sicher hier auf jeden Fall? Ich kann etwas wissen. Weil ich glaube, ja, schon binh das nicht. Du durst mich in Deine Karriere. Ich verkeh es direkt, ich mache den Tag zu habe in Deine Karriere. Vielen Dank. Vielen Dank. Klasse. Betet sie? Betet sie? Hat sie eine 8? Und eine 6? Ah, ich brauche sie mit. ich dachte mit dem 2 pair komme ich nur mit rein das mit dem 2 pair wäre noch gut aber ich hätte nicht reingenommen hätte mehr safe spielen sollen ein bisschen mehr safe eine ohne meine oder dann gehe ich ins bett das mit dem 1 3 4 5 5 8 8 9 10 10 10 10 11 12 14 16 15 15 15 15 15 15 16 15 er geht all in, ich geh mit all in, ich verliere er hat bessere karten natürlich 2 Nintendo ich brian ja ja sagt nicht mal was ist man ihr macht schätzt easy money so vielleicht ist auch dieser stuhl brian hat mir gerade meine restlichen scrap genommen ich brauche schon wieder brian hat mir gerade meine ganzen script genommen ich habe das hier gemacht komplette voice gemütet sieht alles gut ja nicht dran wir haben alle abgezogen brian ist bestimmt schon im bett und sein chat spielt vielen jahr genau das ist nicht aber ich habe dich denn nicht mehr ist schon am schlafen nee ich habe den engel im chat gemütet weil du mir auf den sack ging es wussten deine wo sind deine schaden freude ich habe mir halt wirklich auf den sack ich hatte noch 24 jetzt habe ich 14 aber ich ja ich gehe mal kurz zu ne 3 stunden und wie sieht es bei mir aus hier ihr schuldet mir auch noch was ich flieg schon mal los 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 und pack den helium die offline schon mal weil ich blau echt schon müde und dann ich flieg schon mal los also dann fliegen wir erstmal los und dann aus水 und dann rüber und dann ich glaube schlafen da ist auch was so 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 oh shit oh shit oh shit no 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 jet oh i was hello from west coast USA i was landing and landing so so oh no it's okay so zu wem horsten wir euch denn rüber kommen wir jetzt einmal machen wir will ich euch zu meike horsten weil ich jetzt einmal größer bin hier das ist wo es stimmt das Vielen Dank.